neuen runde 7 days to die mit dem vespo und mit drei anderen mitstreitern wir schalten jetzt mal mit bei hallöche da bin wieder so war das mit link geschickt jaja ich bin jetzt auch schon online topi so zuschauer weiß jetzt richtig auch mal so gehen wir rein mit aller höchsten grafik einstellungen ich bin jetzt auf dem weg rein dann schon mal einfach nach das geht ja das ist doch glaube ich diese drei püppchen da oben drauf sein oder nicht ach so auf den freunde spielen ja klar da muss ich natürlich noch warten du hast uns ja noch nicht als erstens ich bin drauf und ich bin der garage habe ich abgespeichert ja ich bin drauf immer drauf momentan auf der lage also bei mir lädt es noch nicht ja dauert ein paar minuten also ist gut aber park 77,1930 naja so ihr sagt gleich mal an was ihr braucht wir haben 1009 mm patronen hier ja na ich brauche auf jeden Fall schon mal eine Schusswaffe wäre nicht schlecht ja die haben wir bestimmt in der waffenkiste haben wir alles da was du brauchst na ok ein Messer wenn du möchtest du kannst alle wegmessern ich finde es nicht potato aim im koop ist das doch ja ja genau alles zusammen geschrieben oder so wenn du es auch was haben ähm wieso der westbro der kann ich doch eben ähm ach lade ich doch eben zum spiel ein das ist doch am leichtesten glaube ich ja weißt du ey ich habe anderthalb wochen jetzt ein rechner ich krieg das auf jeden fall hin du musst nein pass auf du musst einfach du drückst äh im spiel shift und tab gleichzeitig oh oh was ist das denn das ist ja ein steam krass so da gehst du auf freunde und dann gehst du auf rechtsklick auf äh scratch it denke ich mal ja wir müssen erstmal freunde finden da und da lässt du uns das spiel einladen ich habe den scratch it gar nicht mehr in der liste sehe ich gerade dann ist das natürlich doof deswegen findet er uns auch nicht ja wenn wir den alle nicht haben ja na worte es geht sofort los westbro her mhm so westbro wird geladen dort ich sehe hier mehrere wespos ich denke mal der erste wird sein das wird so ein fragezeichneter als bild also das ist gar nicht das macht es nicht wirklich einfach aber trotzdem danke so westbro ich habe dir eine Einladung geschickt westbro was denn ja ich habe dir eine Einladung geschickt er hat dich geedit yo wenn es ja richtige westbro war doch 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 ist angekommen da ist er gerade reingeflogen wo ist er denn er wusste das natürlich auch ja ey komm wo finde ich das denn bitte ach god das ist so anstrengend ja ich ich habe dich angenommen meckert hier nicht rum ich habe wie gesagt zwei wochen lang das team wieder guck gleich mal in meine spielliste 2008 das letzte mal äh wie hast du dich geschrieben betonbudda ja ich gehe drüber ja ich gehe drüber also ich habe scratchet auch angenommen ich habe es auch noch hingekriegt sooo du lädst oder was äh zu spiel einladen habe ich so dann gehe ich mal hast du mich jetzt einladen ich mache auch mal einen in meinem bunker ach ich werde ihn nicht immer nur beschweren ich meine wir haben da drüben auch welche ich bin auf dem weg rüber hat jemand irgendwelche geschütze für sniper patronen nein ich bin auch auf dem weg nach drüben die maschinenpistole was nimmt die für munition normale patronen die neuner kann ich mir das schauffschützen gewährle was dir drinnen liegt munition habe ich in der tasche lege ich dir dann gleich in der kiste das ist hervorragend das wäre meine nächste frage gewesen ja so dann gehen wir rüber also haben wir im bunker haben wir die kiste mit dem schild ey pass mal offen ich bin hier noch drüben achso ausgesperrt so ich lege dir auf jeden fall in der kiste mit dem schild jetzt 189 patronen rein du meinst jetzt in der arena selber drinnen oder was ja genau ich zeig dir gleich die kiste aber wir haben ja einen schalter hier drin ja ja der funktioniert immer noch nicht ihr seid ja gewiebt achso der funktioniert noch nicht achso der funktioniert noch nicht der achso ziel okay sieht das schon mal schön aus ich schalte mal den generator an damit wir nicht haben oh das ging jetzt aber schnell da kommt schon mal was aus dem westen im west nichts neues aber der läuft noch ganz langsam haben und ist der generator an ja 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 ich höre schon strom müssen das denn demnächst ja mal verbinden mit dem anderen ne ja ja das machen guckt ihr dann ehrlich wir haben schon den ersten leuchtenden bullen hier aus dem süden ach ja wir waren auf jeden fall für die nächste oder ähm auf jeden fall aus dem auf jeden fall aus dem auf jeden fall strom ist ein schlechter zwei reichen auf jeden fall besser wo ist das wo ist das mit dem strom äh mit dem dicks mit der munition hier hier genau ja oben rechts ganz oben rechts da sind die patronen musst du gleich auf er nachladen dann hast du drin ja 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 vor allem wenn die im strom stehen dann bleiben die auch mal ganz kurz ruhig stehen dann kannst du dir ja abschließen ja 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 naja ist doch noch recht ruhig ne Oh man, die Waffe ist kaputt. Wieso kann ich die noch nicht? Also die Armut kannst du schon mal nicht mit dem Repair-Kettel machen. Ja geil, ich mach keine Ahnung. Ich muss ja hier rüber ins Lager, keine Waffe, schießen. Was? Die Armut ist kaputt, ich dachte vielleicht mit dem Repair-Kettel. Ja, aber die reparierst du mit Holz. Holz und geschmiedeten Eisen, mein ich. Ja, das hab ich nicht. Doch, Holz hab ich, aber kein geschmiedes Eisen. Hab ich glaub ich in der Tasche. Geschmiedet Eisen? Ja, komm her. Hab ich eh hingelegt. Der Shepard. Ich hol ihn schnell rein. Ja. Hallo. Hallo. Er hat sich schnell reingezogen, wir sind schon mittendrin. Äh, wo hast du rein? Hier bei mir. Wo bist du? Springer. Ja, hier muss ich. Ja. Jo, danke. So. 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 Ach, muss der jetzt wegzucken. Hab noch jemand Schauschütz-Munition? Äh, ne. Ich hab noch was. Exus in die Kriste rein? Jo. Wenn ich sie finde. Ach, da ist er. In der Kiste mit dem Schild, ne? Hier. Oben rechts. Ähm, hat der Server-IP für mich? Ach ja, stimmt. Hat jemand das Passwort? Ja, das Passwort habe ich gesagt. Server-IP. Aber du startest, glaube ich, eh bei uns auf dem Server, ne? Zum ersten Mal. Ja, das Passwort irgendwo dann wahrscheinlich auch. Ja. Wir haben gerade Horden-Nacht. Du startest im Dunkeln dann irgendwo in der Prärie. Doch. Warte, die Horden noch vorbei ist. Das würde ich auf jeden Fall vorschlagen, sonst. Ja, aber sonst kommen wir auch noch mehr. Ja. Ja, nicht nur das. Die starten ja auch bei ihm, ne? Mhm. Bist du nur am Rennen. Wetten für einen. Der kann sich nicht. Der kann sich noch nicht ausrennen. Ah, der hat sich noch sehr viele Leute cool. Ja. Ja, ich seh ihn auch. Oh, ein Ratschers. Ich hab ihn gelegt. Big Mama. Da ist er doch ein bisschen ruhiger jetzt, ne? Mag, das hätte man gestern machen können. Ja. Autogeschütze? Nein. Wir machen gleich den Strom und wir beide machen die Fahrzeuge. Überweiter nicht. Ja, aber weiter. Ja. Da muss so eine Reihe Strom gelegt werden. Oh, was ist das für eine Tüche? Die hab ich auch noch mal hier sehen hier. Was ist das für eine Tüche, die hab ich auch noch mal hier sehen hier? Was ist das für eine Tüche, die hab ich auch noch mal hier sehen hier? Was ist das für eine komische Blecher hier auf dem Kopf? Ach, das sind diese Biker, ne? Ja, ja, genau. Die können auch gut einstecken. Ich komm auch manchmal mittlerweile. Ja, die zwei ist auch voll lieber. Ich geh immer so... ...flüssig vor der Tür. Da sind's jetzt. Da kommt noch ein Glowy. Aus dem Süden. Zwei Stück. Weg. Derine kommt schnell gleich lang. Okay, weg. Sauber. Noch ein Schreier, in der Südwesten, äh, ich meine, das ist ein Glowey. Scheiß Punk hier. Oh, jetzt sehe ich den Glowey. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, hat sich gerade hingelegt. Ja, 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 la Coron independen. Der Haar,resso, Blockfly. Dad. Tschuze, mal zugegangen. Das war's. Der Wesperspieler. Was? Ne, ist egal. Oh, was ich hier eingesperrt habe, da komme ich nicht weg. Ah, mann, mann, mann. Oh, anderthalb Stunden noch. Aber das ist jetzt doch noch ganz gut, also der Strom hat die Gold. Das ist weiterer hier auch noch unter Strom, steht ja noch mal auf. Oh, das ist ja nicht weg. 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 Ich weiß nicht, dass es nicht weg ist. Und das Röckchen geschossen Erfreulich Ja Kranke Sau dir Wow, rennt der auf einmal Aus dem Westen kommt jetzt noch mal ne Bläcker Aus dem Westen? Ja, da kommt noch ne kleine Röcker Westen ist nicht den Westen Ja, den Westen Aber ich denke immer das wars dann Ja 4 Uhr, dann können wir schon mal abbauen Bluten Ja, ich bin doch schon die ganze Zeit dabei Ach, schön Hat er eine Maschine zufälligerweise hier dabei? Ach, da kommen wir Ähm, ich glaub nicht Nein Ja, da muss ich nochmal schnell rüber Ja Kommt ein Hund, der ist noch ein Hund Der hängt ja grad ein Stacheldraht fest Da kommt noch Jawohl Mit einem Schuss zwei Zombies getötet Boah, was? Nur welch? Scheuer Und schon kommen die nächsten Masse hier Boah, lange kommen Ich hab eh keine Chance Ich hab eh keine Chance Ich hab zwei in der Reihe bald haben Und strom Und dann hier auch noch geschützt Ja, da wo jetzt die erste Eintiefung mit Stacheldraht Da spannen wir jetzt einfach nochmal Strom rein Genau, dasselbe kann ich das selbe einfach nochmal machen Dann haben wir auch so ne schöne Brücke hier drüber Kannst du, äh, machst du das alleine oder soll ich dir helfen? Ich, das krieg ich alleine hin Machst du's dir alleine? Ja Das war klar Das war klar Ich brauch das mal gesagt Der Schuss ist wieder abgehauen Gerade jetzt, wo wir fertig waren Was hat denn der jetzt so geschrien? Ey, Leute, ehrlich? Was denn? Was denn? Es gibt keine Schienen mehr hier in unseren Kisten? Nee Na, dann craftet dich ne eine Ja, wie denn? Sag ich mir schnell wie? Du brauchst Holz und Stofffetzen Holz und Stoff, ja Ähm, hast du neben der Medikiste, hast du die Stofffetzen, Fetzen drin? Ja, ich hol mir gerade welche raus, ja Und auf der anderen Seite bei den, ähm, na Ja, bei den Lagerfeuern, da hast du irgendwo Holz drin Ja, okay Und dann kannst du dir ne Schiene selber bauen Unter den Reiter Was ist das? Ach, die eine Kiste ist immer noch gesperrt Na, ich rieche die nicht mehr Ich hoffe, ich rieche die nicht mehr Ich rieche die nicht mehr Ich rieche die nicht mehr Müsste so'n Medi-Reiter haben, ne? Also das Medizin-Kreuz Rote Kreuz, aber Deutsche rote Kreuz Habt ihr auch diesen Schrei andauernd? Ja, das ist der Geier Ach, der Geier ist das, ich dachte Der fliegt hier nur rum gerade Ah, ich hab die Solle getroffen Bisschen hin Und er fliegt runter Jawoll So Jetzt könnte man auch ein Spiel spawnen Ja, aber der ist weg Der ist echt? Ja, das ist raus Weil er nur zu seinem Wohl Er wär aber echt ätzend bei der Horde dann mitten im Nirgendwo zu sein Im Dunkeln Ich find die Schiene nicht, Leute Warte, ich komm auch rüber, dann kann ich dir auch eine bauen Muss ich die an der Werkbank bauen oder muss ich die Kannst du im Inventar bauen? Genau, die kannst du auch im Inventar bauen Und wo finde ich die bei Rohstoffe? Guck mal, du hast doch links da, wo die ganzen Rohstoffe äh Dinger sind, da hast du doch oben ein Eingabefeld Mit der Lupe Ja Gib mal da einfach Schiene ein Ja, die kann ich noch nicht bauen Dann warte, ich bin gleich bei dir Äh, mir fehlt Klebeband Achso, das ist auch in der Kiste Da irgendwo neben den Öfen Äh, das war die Kiste, die gestern zu war, Kandad Mhm Da komm ich Ja, ganz rechts ist gesperrt Ja, die hab ich letztens auch so gesehen gesperrt Und kann die jetzt nicht mehr entsperren, weil das irgendwie verpackt ist Ähm, in der Lootkiste müsste aber noch Klebeband drin sein Aber ich bin jetzt auch gleich im Haus Ja, jetzt war Klebeband, ich hab's schon Ich hab's schon Ich krieg die erst langsam mal kaputt auf die Kiste Mentallos werden Ich danke schon Warum seitdem so leise, ich hab runter geregelt Mann, Mann, Mann Kann man die nicht irgendwie kaputt schlagen diese Kiste hier? Kannst schon, aber geht alles verloren, was drin ist Richtig Ich dachte, dann ist die nur offen Ja, genau Na, ist immer das Da war einiges am Benzin, du weißt ja der Scheiß Ich hasse da, das ist echt nervig Alter, liegen wie viele Leichen rum, ne? Ach, Brennstoff, komm Bis zum nächsten Mal so ich mache schon mal neue geschoss spitzen fertig weil uns das gestern auch nun mal beiläufig aufgefallen hat die horde ansteht die halbe basis einstürzen lassen alles ich noch ein video angeguckt das war schon schock so ein loch vom haus das war auch der grund warum ich nicht unter die felder gegangen bin ich kann mal wieder schätze buddeln gehen da gibt es richtig kohle wir wollten erst die garage locker locker schon 15 projekte immer man muss ja vorausplanen ja also ich gehe jetzt gleich wieder buddeln ich auch ich versuche jetzt diese kiste sollst du sollst dich buddeln buddeln und dann haben wir schon wieder umgenannt so ein scheiß aber auch so schaue ich mal mein material hier das war eine idee also viel beton habe ich jetzt nicht mehr ja ich hoffe du musst du neues herstellen ja müssen auf jeden fall also ich habe ja schon die ach guck mal 6.000 beton kann schon neu produzieren was braucht man hat für munitionsproduktion ja die lerne ich höchstwahrscheinlich wo da wo diese waffe ist in dem skill menü ja und was muss ich da je nachdem welche munitions du lernen willst pass auf die verschiedene munitionsarten lernen 9 mm 7 mm also du kannst eh erst mal in reihenfolge glaube ich lernen oder nicht ne geht nicht kannst du machen wie du willst echt ist das so bei der munition ist das schon wieder anders als auf konsole das hat ja am besten nicht ne ja also welche waffen muss ich denn jetzt lernen also beispielsweise ich will das gewehr lernen ja dann nimmst du sieben ne was meinst jetzt mit dem gewehr das scharfschützengewehr oder hier steht einfach nur bei schusswaffenfertigkeit gewehr das was du lernen wenn du patronen herstellen möchtest fürs gewähr musst du handwerk 7,62 mm patronen lernen genau bei handwerk also bei werkzeug oder was ne bei den waffen auch also da oben ist das schusswaffen und da dann handwerk 7,62 mm patronen so kann ich auch nicht lernen weil warum kann ich das nicht lernen weil du feuerwaffenspiel dafür braucht da steht wahrscheinlich noch eine voraussetzung also du genau pass auf klick einmal drauf du kriegst auf der rechten seite angezeigt was du dafür lernen ich habe jetzt feuerwaffenschmied level für die 7,62 munition ja das kannst du das lernen genau und ich konnte jetzt für die 44er könnte ich zum beispiel auch noch lernen oder für den 9 mm ja ja du kannst jetzt alle lernen die du möchtest also da wo ich die du nutzen willst die kannst du halt alle lernen so und ok und wenn ich die jetzt bauen will dann gehe ich einfach hierbei in meinen Inventar was die munition ja die munition da musst du einmal mit den sachen die du dafür brauchst das sind patronen hülsen geschoss spitzen und schwarzes schusspulver gehst mit an die werkbank und da kannst du es dann fertigen ich meine nämlich so auf die tasche kannst du das nicht produzieren doch ich glaube schon ja ja alles klar ich verstehe genau und dann kannst du auch an der werkbank kannst du dann im waffenmenü kannst du die munition zurecht hast wenn wir hier schrot munition produzieren weil die können wir dann können wir uns shotgun turrets aufs dach bauen die sind glaube ich am effektivsten aufs dach würde ich die nicht stellen nicht ich würde dann in lauf schneisen wo die zombies herkommen ja dann schlagen die kaputt nein warum war was rum also ich glaube die sind aber effektivste ich glaube die sturmgewehr oder die maschinengewehr geschütze sind nicht so gut also was man machen könnte die laufen ja eigentlich zu uns nach vorne an die geht an diese stäbe oder sollen dann könnte man die turrets direkt davor platzieren dass die also wenn du davor stehst nach rechts schießen wenn die links stehen wir müssen halt so bauen dass die uns nicht kaputt schießen wir uns selber treffen die glaube ich nicht doch die treffen nicht ja wenn du teamfeuer an hast ja bist du sicher ich meine schon im video habe ich das nicht gesehen als ich hier vom zombie die videos geguckt habe der ist dadurch die turrets durchgelaufen also der wird nicht damit abgeschossen nichts gedacht so ich bin noch mal kurz vom headset ich muss suchen man wie viele leichen liegen denn hier noch rum mehr aber da ging ja schnell so die kippe danach hast du teile dabei entweder ich wollte gerade sagen entweder raucht man sie dann danach ne oder schmeißte in die pflicht meiste in partei gepickt sort für teile möchtest du denn haben bodenteile da kann ich habe ich habe graue ich habe was so und sie hat auch ich noch also wir was sind jetzt ohne der garage weiter ja ich weiß noch nicht was du da genau vor was aber ich werde es bald sehen was denn ich weiß nicht welche richtung und ich weiß noch nicht was du willst in die richtung ja ja gut aber wo kommt denn das tor hin das wird dann am ausgang kommen wir machen so ein bunker ausgang ja dann machen wir davon graben wieder egal ich habe jetzt extra für eine scheiß hängebrücke gebraucht wie breit ist diese brücke ich habe keine ahnung auch wenn du material brauchst ich verliere alles die taschen wieder voll das ist eisen das brauchen wir wirklich ja sammeln ein du knecht da gehst du jetzt wohl die tasche leermachen junge klatsch dir gleich auf keinen bein kannst du mir total verschwendet der junge hier ne du sammelst das doch auf ich find das gut nein das war schon gut hier ja da lobe ich dich mal dafür brauchst du ein reparatur kids im bunker oder du kommst runter in die garage weil ich habe auch noch welche in der tasche in die garage in die garage das ist ja gerade genau du gehst aus dem haus raus und dann hast du da so einen komischen beton kleinen bunker stehen da gehst du dich ja okay gegenfragen wofür ich habe das jetzt noch nicht ganz begriffen wofür die soll das jetzt werden soll aber okay es soll kommen die minibikes rein genau wir bauen jetzt ich habe das auch gestern mehrfach erklärt also pass auf pass auf du wurdest jetzt so lange bis du himmel siehst ja aber hier kommt ja genau ich will dich ertränken ich will dich ertränken nein hier nach der wir haben ja einen berg vom haus und werden hinter dem berg raus kommen dann wirst du ja nicht was denn weil hier kommen die zombies nicht rein auch nicht beim hordenangriff aber du willst doch nicht ernsthaft bis zum ende des bergs buddeln scheinbar schon dann ist wirklich nicht so lange roll ey wir haben schon weißt du wir haben schon über die hälfte geschaffen jetzt fängst du an zu meckern oder was jetzt ist doch der berg ist für mich auf meiner karte ist der berg deutlich mecker weißt du gestern ohne widerworte einfach nur drauf losgegraben in kurzer zeit wir waren zwei stunden dran ja müssen wir doch geil oh mark könntest du bitte das eisen aufsammeln was du verlierst ja ich leere jetzt schon was aber ganz ich habe nichts raus zum schmeißen doch ich könnte mein mantel anziehen mir ist kalt ja immer nett scheiß streng kann sie liegen lassen ja mal ne kurze frage wie wende ich denn jetzt dieses reparatur kit an ähm du einfach aufs reparieren drücken bei dem gewehr drückst du aufs gewehr und dann kannst du einfach da steht da reparieren genau in deinem menü aufs gewehr klicken und dann hast du da so ein reiter mit reparieren ähm zusammensetzen äh du musst das richtige buch lesen um diesen gegenstand reparieren zu können ach so ach shit geh mal in diese komischen kamine die wir da haben ja da muss sicherlich das buch sein da müssten genug bücher drin sein ja alles was du von da nicht gelernt hast nimm dir raus das sammeln war extra für solche fälle so guck mal hier oben habe ich schon erde also das war das thema wieder mit dem bein gebrochen ach ja das war das zweite bein ja aber jetzt weißt du wie du die schiene bauen kannst ja ich komm hier trotzdem aber nicht dieses scheiß treffhof er hat uns das gebaut ich? ja wer wollte er baut nur so mit so einem todesfall hier die helfen von dem scheiß den er hier gebaut hat das lebt gefährlich er hat mir mal den stroh runtergelegt und heu und was weiß ich hier alles und dann trotzdem brichst du hier die Haxe ne miami mii mii wie kommst du hier wieder raus ich höre eine Witsch und sie ist genau über uns So, komm, du kannst nicht mehr runterfallen, weil ich bin unter dir. Nein. Oh. Die wollen aber trotzdem alle zu dir, Marc. Die bleiben nämlich alle da vorne stehen. Ich schnippse jetzt mal alle weg. Oh ne, jetzt kommen sie zu mir. Ja, wir hören sie auch hin. Das ist Buch. Ich brauch heute Buch. Ja, wir brauchen aber auch drin. Für Bauplan Scharfschützengewäch. Ja, du kannst ja alles anziehen. Alles, wo du stehen kannst. Du kannst ja alles, wo du stehen kannst. So, die Witch ist weg. Oh, warum wir hinten steigen, ich glaube, so viel aus. Ja, die halten echt viel aus. Kann ich eben machen, ich habe das auch maximal am Level. Kann der Westmark mir lernen, wie es ist zu arbeiten. Junge, du bist heute ganz schön vorlaut, ne? Tut ihm auch mal ganz gut. Ich glaube, ich kick dich gleich raus. Ich kick dich raus. Von deinem Server. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das fängt ja wieder an. Das ist cool wieder aus. Von seinem Server und allem. Was ist denn rausgeschlagen? Nein, wir wollen ja eine zweite Rolle. Also einfach die gleiche wie hier. Richtig. Ja, ich dachte, wir da halt... Ja. Durchgegen nicht hier, würde ich sagen. Na ja. Immer die Schrägen da, die wenen Schrägen wegkloppen. Wir sagen, Ohra wäre mal nicht schlecht, aber... Der West muss ja zum Geizeln. Bauen wir noch selber. Nee, das mache ich nicht. Frutte nur, ey. Das ist dein Benzinverschmiss. Frutte. Ach, das stimmt, da musst du ja mehrmals abbauen. Weißt du, da schenke ich dir meine halben Ressourcen von Eisen. Dann motzt der immer noch rum. Schenken nennt ihr das. Ja, schenken. Das habe ich mir selber erklaut. Schenke, Mensch, ist das. Ja, sag mal, wo ist denn der Betonbruder hier arbeiten, ne? Ja, ich kudel hier gar nicht. Macht hier wieder Päuschen. Ja, ich helfe gar nicht, ich helfe gar nicht. Geil. Patronenhülsen, wie werden die hergestellt? Äh, ich glaube, die musst du auch leeren, oder? Nee, die kannst du, glaube ich, an der Schmiede musst du die machen. Und ich meine, die musst du nicht leeren. Nicht? Ja, guck. Ja, was hier leeren. Aber in der Mine, ach in der Mine, in der Forge muss auf jeden Fall Messing drin sein. Hm, ich muss das erstmal raussuchen für die Patronenhülsen. Ich kann sie einfach mal eingehen, ne? Ich habe aber, glaube ich, ne, in der Munitionskiste dürfte, glaube ich, nichts mehr drin sein. Äh, Patronenhülsen kann ich genug herstellen. Ich lass mal in dem einen Ofen nur ein bisschen was herstellen, ne? Ja, lass mal so 1.000 oder 1.500, dann haben wir erstmal so. Ja. Ja, ja, und das geht nur 200 Weiß, Brass fehlt. So, links oben ist besetzt. Patronenhülsen. Wir sollten von dem Bauplänen, versuch einfach alle zu lernen, was du lernen kannst. Ja, 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 ich habe schon angefangen, was zu lernen. Dann jetzt mal nochmal was anderes und zwar, äh, munitionstechnisch, was brauchen wir da für Patronen am meisten? Schrot brauchen wir auf jeden Fall für die Schrotflinten-Turrets, wenn wir die bauen. Ja. Und dann halt 7mm, würde ich sagen, ne, weil die anderen nutzen wir ja so viel, ne. Die Maschinenpistolen für normalen Pistolen nutzen wir ja nicht. Also 7.62 hauptsächlich, ja. Ja, 7.62 und Schrot. Ja. 7.62 und Schrot, alles. Nur für Schrot brauchst du, glaube ich, auch Papier, ne? Ja, weil dann haben wir Tonnenweite. Ja. Hab ich alles in die Munition gehst, hier, ne? Ja, ja, dann bist du auch Papier auch hoch. Und selbst wenn Papier kann man so leicht herstellen. Dann setze ich mich da mal dran, ja? Ja, nicht so. Wie gesagt, du kannst auch die Baupläne einfach, äh, mit den Lesen einfach anklicken und dann hast du rechts oben bei Ansehen. Hast du denn Lernen, du musst also nicht jedes Buch einzeln in die Hand nehmen. Ja. Brot, das Schiff, die spielt was anderes? Ja, ja. War das ja Ena. Nee, Tarkov, Tarkov steht ja noch oder so. Hier steht E-S-Created gerade. Da hab ich auch grad gesehen. Er hat uns im Stich gelassen. Der Bock auf dem Dreckchen. Scheiß Spiel. Weißt du, alle zum Kauf überzeugt und jetzt kommt er nicht mehr. Ich bin gespannt, wie weit du gleich bist, wenn ich da wieder runterkomme. Wahrscheinlich gar nicht. Du kleines Mod-Kind, du. Ja. Ich komm dir gleich mal nach Hause, ey. An der, ich hab schon was getrunken. Die Schrotflippen-Munition, muss ich die auch erst überlernen oder was? Ja. Ja, muss auch lernen. Oh. Die Munitions-Gibrosse, ja. Ja, dafür fehlen mir jetzt einfach die Fähigkeitspunkte. Ah, ist eigentlich schon. Am Bau, das was ich kann. Ja, die 762 habe ich jetzt in Formas eingesetzt. Verlatter hier, Mann? Ja. Ja, das ist leider so, wenn die Schmieden an sind, ne? Das zieht die an. Oh, alles gut. Wir müssen ja tiefer bauen. Wir müssen das ganz unten bauen zum Deadrock und dann müssen wir die Schmieden hinlernen. Ich glaube, dann können wir ja nicht witteren. Nein, höher. Von 100 Meter Höhe oder so. Ihr wisst schon, eine Errungenschaft ist es, auf 250 Meter zu kommen, ne? Ja. Das ist eine Lager, ich ja höher. Wir bauen uns einen Wolkenkratzer. Komm, in die Wüste gehen. Da steht einer. Brauchen wir nicht bauen. Ja, langweilig. Ja, also wir müssen sowieso in Zukunft mal gucken, dass wir vielleicht in der Zukunft, ach, in der Zukunft, in der Wüste uns noch ein Lager einrichten. Da kriegen wir dann genug Sprit her. Erstmal bauen wir hier. Ja. Ach. Ach, was sag ich denn, ey? Komm, wir rechnen jetzt alle in die Wüste. Wir lassen das so stehen. Alle stehen und liegen bleiben. Ja, wir haben doch alles, was wir brauchen, also. So ist es. Boah, siehst du, Marc, nur wegen dir ist mir jetzt wieder zu heiß. Oh. Ja. Ich will weg und da unten. Ich acker mich hier kaputt, ey. Ach Gott, nennt er das. Was der acker nennt, in einem anderen Urlaub. So, dafür kannst du jetzt weiter hier alleine rumpriemeln. Na, und was sagst du? Ich bin doch schon ein Stück weiter, ne? Weiß ich nicht, sehe ich ja nicht. Weil, ich baue ja gerade anders ab. Ja. Dann stehe ich immer so nah an der Wand. Dann siehst du auch mal was. Oh, den Strom hier. So, ich esse jetzt schön und gucke dir beim Arbeiten zu. Ja, klar. So kennt man ihn. So ist es. So mach ich das auch unter der Woche. Stimmt. Die kann bei dir, möchte man nicht sein. Ach komm, war ne schöne Zeit. Herrlich. Dich konnte ich ja leiden. Dich hab ich nicht getriezt. Naja. Naja, haut der rein. Du warst der Schlimmste. Komm du nochmal zurück, ey. Strafarbeit. Kannst den Leuten die Ärsche abwischen. Hahaha. Damm nicht. Hahaha, doch. Ey, hab ich keine Pflegeausbildung. Ah. Was für Pflegeausbildung für? Ah, unterschreibe ich dir. Braust denn nicht? Meine Freundin ist Krankenschwester, die macht das hoch ohne. Ah, siehst du? Ja, wohl. Aber, 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 gibt's nicht keine, wenn du, wenn du das schließt. Also, ich weiß nicht, aber, oh, ich weiß. Marc, im Notfall geht alles. Im Notfall geht vieles, ja. Ich will nur nicht sein, aber irgendwann wirst du eintönen. Ich finde, die ganze Zeit nur vor ner Wand stehst und die ganze Zeit nur mit so Spitzhacken drauf haust. Ach, ich will. Es geht ja recht schnell. Aber weißt du, deswegen quatschen wir die ganze Zeit. So was gestern nicht anders gemacht. Ja, ja, stimmt. Jetzt dann monotores Gangbuddeln. Aber weißt du, je besser deine Werkzeuge werden, umso schneller geht das. Stimmt, ich will mir gleich mal besser das Werkzeug bauen. Mhm. Weil Berg war meistens auf 100 oder Werkzeug. Der Tom war jetzt schon lange nicht mehr hier, ne? Stimmt. Der hat uns immer das gute Werkzeug gebaut. Ja. Aber ist der nicht irgendwie verhindert gewesen? Hat der irgendwie Urlaub gehabt oder sowas? Er kann doch, er kann doch nicht Urlaub machen, wenn wir hier, wenn wir hier Werkzeug brauchen. Stimmt, der müsste halt eigentlich mit uns abholen. Ah, Mann, Mann, Mann. Wenn, der muss aber mal irgendwie mitdenken und mal gleich 500 im Voraus machen. Ja. Stimmt, ist echt eigentlich auch lange. Der hat ja andere gefunden, die ihn mehr wertschätzen. Nee, gutes Werkzeug ist auch noch nicht. Also, weißt du, wenn der Tom dir regelmäßig im Stream zuschaut, das musst du jetzt mal schön laut vorstark ausdrücken, ne? Mhm. Und zwar noch dir, wenn er sich die Videos im Nachtrag noch anschaut, da wisst er gleich Bescheid, was ihn ne blüht, wenn er wiederkommt. Jupp. Ich glaube, der lässt sich nicht mehr blicken. Der hat sich aber echt gut geskillt, ne? Bei dem, was er alles kann. Er kann alles, ne? Ja. Ach, siehst du, das gilt. Siehst du, da kann ich noch mehr was lernen. Stimmt, aber ich auch noch. Kann ich auch mal gucken. Welches Level bin ich denn jetzt überhaupt? Level 55. Ach gut. Ähm, Marc, ich baue jetzt mal weiter, bevor uns das hier auf den Kopf fällt, ne? Ja, ja, ja. Ich denke nur an deinem Kopf. Was, das macht du da mal? Meine blöde Frage, baut irgendjemand an der Arena weiter? Ja. Ja, ich baue gerade das. So, dann kann ich schon mal lernen. Wo bist du denn hier an der Arena? Nee, ich baue gerade hier unten schon wieder mit an der Garage rum. Der Makler war scheiße, der ist in der Garage. Was redest du davon? Nein. Tja, redet an der Scheiße. Immer. Ist das noch nie aufgefallen? Boah, das ist bekannt. So, ich kann jetzt Werkzeug schon mal Stufe 8 von 10. Ein Spitz an hier. So, du machst immer bei den Schrägen weg. Brauchst du gar nicht hier hinten. Nicht, brauche ich? Ne, ich glaube, die eine hinten bei den Spitzen, die kann sie stehen lassen. Dann muss ich das mal ausprobieren. Ich meine, das passt nicht. Aber guck. Hier, kannst du das mal direkt ausprobieren. Na ja, so mache ich das ja hier hinten auch. Ah, cool. Dann kann ich gleich noch ein paar Rampen holen. So, und der muss immer noch. Das war noch eine Rampen später. Der muss kaputt gemacht werden, hier. Ach, nee. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, ihr kriegt kein Bier mehr. Das ist auch eine harte Strafe. Oh, hallo, Schreierin. Was? Guck mal, drei Zuschauer hat der Wespo auch. Einer davon bin ich. Ja, das seid ihr drei wahrscheinlich. Ja, das ist ja egal. Das ist ja egal, bleibt in der Familie, ne? Ja. Du kannst beim Wespo auch mal Ausrufezeichen Multi oder sowas eingeben, da kannst du mir auch gleich noch mitzugucken. Ja, das ist ja egal. Ja. 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 Ja, da weiß ich ja nicht. Ob der Level 100 Schloss ist, dann ist das scheiß. Ich hoffe nicht. Noch eine Schreie, wenn... korrekt auch gut das schreit auch drauf arbeit Ja, ich muss auch mich kümmern. Ja, ist ja gut. Oh, ich petze die Beine weg. Oh, der hat ein ganzes Schrotmonition genommen. Das ist aber weiß. Dieses Gluckse, ich kann den verraten. Boah, ich hab schon wieder 42 Fertigkeitspunkte. Eieieiei. Das ist ja nice. Ja, dann mach ich den Schatzsucher 3 fertig und dann hol ich mal die ganzen Schätze ab, oder? Ja, natürlich. Natürlich in Zukunft, ich arbeite ja jetzt. Ja. Das kann ich sogar live wirklich definitiv auch bestätigen. Ja, ja, ich seh da grad wieder so ein bisschen Brudel da, ja. Ja, erstens das und ich höre die ganze Zeit rechts von mir irgendwie eine Spitzhacke einschlagen und das ist nicht meiner. Ja, der Marc unterstellt mir ja immer, ich würd nicht arbeiten, weißt du? Ach so. Der weiß einfach nicht, dass geistige Arbeit auch, ne? Arbeit ist. Geistige Arbeit? Was denn? Was arbeitest du denn hier geistig? Ich musste dir jetzt erstmal tausendmal erklären, was ich hier überhaupt vorhabe mit dem Bauvorhaben. Das hab ich heute nicht verstanden. Ja, genau das ist es ja. Das ist Arbeit, dir das zu erklären. Deine wirren Erklärungen hier. Ich glaub wir verstehen uns einfach nur, wenn wir miteinander trinken. Ja, dann verstehen wir ihn. Ne, dann verstehen wir uns. Deswegen hau ich dich auch nicht zusammen auf dem Festival. Erstens deswegen und zweitens, weil du das nicht kannst. Deine Kraft geht hier einfach. Ach echt jetzt? Ein Gummi-Ernchen, ja? Ein Gummi-Ernchen? Dann kriegst du ja so'n... diesen Bizeps haben wie ich. Früher auf der Arbeit hatten die auch alle Angst vor mir. Mit breiten Armen, mit breiten Schultern. Du solltest die Drogen weglassen. Du solltest die Drogen weglassen. Gebt euch doch bestimmt auf der Arbeit auch alle Spitznamen, ne? Ach nee, ne. Ne? Mach ich jetzt nicht so. Also ich weiß ja nicht wie du so gebaut bist, ne? Aber meine Arbeitskollegen haben mir den Spitznamen Menschenfresser gegeben. Hm, Menschenfresser. Alles nett. Gut. Gekommen ist das dadurch, dass, äh, wir mussten den Elektromotor wechseln. Und alle stehen so rum und sagen, ja, wir müssen jetzt hier erstmal auf das Schlosser warten, die in dem Gettenzug und alles sowas, ne? Und dann holen die den Motor hier raus und was macht Höhnke? Jetzt. Äh. Und auf jeden Fall, ich, ich das Ding angehoben und weggezottelt, äh, weggezottelt, haben sie gesagt, ja, okay, alles klar, wenn du dem zu nahe kommst, der frisst dich auf. Das klingt immer wieder richtig herrlich, wirst du, wenn du, weil wir tragen ja Funkgeräte bei uns auf der Arbeit und wenn wir uns da gegenseitig rufen, 373 Menschenfresser. Geil. Träumchen, regelmäßig. Hm. Ich geh mal ein paar Steinchen und sowas wegbringen, ne? Ja, mach mal. Ich hoffe mal, dass ich mir jetzt nicht wirklich die Beine hier breche an der Stunde, ja? Soll ich nochmal kommen und nochmal unterstützen? Äh, ich habe mir jetzt mittlerweile eine Schiene extra mitgenommen. Der Mann sorgt vor. Ja. Ja, das war das Thema mit, äh, mit Beinbrechen, na ja. Tja. Das war das zweite Bein. Alter. Ich will ja wirklich nichts sagen, ne, aber... Das können wir so nicht lassen. Das, das müssen wir irgendwie umbauen. Ist eigentlich ganz einfach, die Leiter bis zum Ende hoch und dann einfach nach links rüber. Ja, mach das doch, mach das doch. Du machst doch schon wieder irgendwo Päuschen. Du brauchst wieder Arbeit und Ressourcen. Du brauchst wieder Arbeit und Ressourcen. Du brauchst wieder Arbeit und Ressourcen. Es hätte ein Bier werden können. Es hätte. 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 Ähm. Hätte. 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 Ich hab bisher nicht viel eingestellt bei Steam Leps, aber ich hab' es ja. Dann kannst du dir mal den Unterpunkt Song Request anschauen, denn schallte es da ein, ja und dann gibst du, äh, dann kannst du solulusan eingeben, also ich weiß jetzt nicht, warte mal morgen, Butter, du wolltest jetzt Musik haben, ne? Ich habe ja Musik auf dem Ohr Ja, na also ich sage jetzt mal Wenn du, nur so als Beispiel Wenn du bei mir auf dem Stream gibst Ausrufezeichen SR Plus den Link von YouTube Dann bekommst du auch schlappen Musik Hm, okay Da muss ich auf jeden Fall nochmal reingucken Da kannst du dich eigentlich mit einem Otto zusammensetzen Der hat das bei mir auch alles eingerichtet Okay Ich habe bisher nur den Y-Spot drauf Um schon mal ein bisschen was am Chat Habe ich jetzt ein Level-System drauf Und ja Nur das Problem ist Ich habe immer relativ wenig Zeit am Rechner Und dann bin ich doch lieber zocken Ja, ne, das ist verschädlich Bei mir auch nicht anders Was bei mir zum Beispiel auch noch fehlt Ist dieses Type-Stream Wurde ich hier irgendwelche Spenden Und hast du nicht gesehen Alles mit einbauen könntest Aber das habe ich alles noch nicht eingebaut Das ist Ich mit meinen zwei, drei Zuschauern am Tag vielleicht Das ist Ja Das komplett Ja, wenn der so seine Failscam hat Dann wird das alles Setze ich neue Zuschauer Also Type-Stream Also Type-Stream habe ich schon drauf Okay Das ist eigentlich relativ easy gemacht Aber da kannst du natürlich auch Stunden dranhängen, ne? Ja Mit dem Einstellen Ich habe mich da mal dranjagen Ich habe da kein Land mehr gesehen Ja, ich glaube, der Westbro Der wird noch richtig gut Das engelsgleiche Gesicht sieht dann im nächsten Der Grund Zwei Man, 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 man Pass mal auf Ich habe dir schon mal gesagt Lass die Drogen weg, Marc Boah, der Karl-Heinz ist auch ganz versessen Darauf nicht zu sehen Der hat mich doch schon gesehen Nein, hat der nicht Wo denn? Ah, ne, war gar nicht der Karl-Heinz Auf dem Festival, ne? Ich war der Ingmarster Scheiße Glaube ich Ja, doch Karl-Heinz Doch, der Karl-Heinz Ich weiß es nicht Ich weiß es doch nicht Ich dachte, ich leide schon unter Gedächtnisverlust Bei dem ganzen dünnchen Sülze Vergiss dir glattes Bier zu trinken Ja So ist es Ach, was ist das denn? Alles für ein Bescheid Lass mich mal raten Die nächste Horde kommt in der Nacht von Tag 84, ja? Jupp Jupp Nein, jetzt habe ich wenigstens mal verstanden Warum 7-Day-Face Das lange gedauert Aber hey Manchen dauert es länger Frage 2 Ich fand den Trailer gar nicht mal so schlecht damals Ich fand den Trailer gar nicht mal so schlecht damals Es gab von 7-Day-Send-Trailer, ja? Also so einen Echtzeit-Trailer, ne? Mit so einem Typen, der da durch den Schnee läuft Ich hab dir immer was vorausmarken, das wird sich auch nicht ändern Stimmt Endlich sieht der mal was ein Oh, hoppala Hat jemand noch ne Reparatur-Kit dann bei Gelegenheit? Äh, ne Du bist auch hier in der Garage, ne? Ja Ich hab mal was, guck mal Das ist sehr liebenswert für ihr Ich vermute zwar, ich werde dann nochmal kurz hochgehen müssen Meine Spitzhacke erlernen, aber Ich kann's ja noch probieren Ja, ich muss es erstmal noch lernen Ähm, du kannst die auch reparieren, ne? Ja, deswegen muss ich die ja erstmal erlernen Achso So, ich hab jetzt zwei Schienen mit hier unten Mal gucken, wie viel ich jetzt brauchen werde Also ich Du kannst ja auch, wenn du zwei Beine brechen Das geht ja nie anders Eine runter, eine für unten Eine für eine rote Das erste Äh, Baupläne für die Schichten Die Spitzhacke und sowas ist Liegt wohl nicht mehr hier drin, oder was? Äh, Spitzhacke gibt's gar nicht mehr Ja, aber wie kann ich die reparieren? An der Werkbahn Mit einer geschmiedeten Stahl Ja, genau Geschmiedeter Stahl Äh, jetzt muss ich wieder suchen Stahl Stahl, Erz Erz Erz, 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 Erz Erz, 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 Erz Wir sind gut Erz, Erz, Erz Erz, 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 Erz Ich reparieren kannst du dann so Also auch die Spitzhacke klicken Ich habe verstanden. Es scheint so gut funktioniert zu haben. Ich bin hier hellauf begeistert. Hellauf. Oh scheiße, ich könnte eigentlich mal Twitter Werbung machen. Ja, das könnte helfen, ja. Twitter ist kaputt. Ja, ich schicke jeden meinen Stream, Marc. Ja. Es haben auch alle Lust, mir beim Spielen zuzugucken. Ich zahle mal so ein paar Leute da rein. Ich schicke es meiner Oma. Die hat Zeit. Junge. Ja, Dschungelcamp kannst du auch noch alles. Das ist ja voll sicher. Nein. Da denkst du, was denn auf einmal los ist bei dir auf dem Screen? Ja, das sind ja 10.000 Zuschauer. Stimmt eigentlich. Ich müsste man eigentlich eiskalt mal bringen haben. Ja. Wahrscheinlich haben wir eine Anzeige von RTL. Du kriegst aber scheiße drauf. Erstmal welche haben wir, ne? Eine schöne Anzeige von RTL. Ja. Eieieieieiei. So. Wollte ich schon jetzt wohl. Dann gehöne ich schon einfach mal. Ja... ... ... Hm-ähm. So. Vielen Dank. Oh, das sind die ganzen Steine da im Weg, die ich nie aufgesammelt habe. Oh, das geht auch schon. Das war kein Mimimi. Aber kurz davor. Oh, das ist kaputt hier. Das war ein Mimimi. Was war ein Mimimi? Oh, das ist kaputt hier. Das ist ja alles kaputt. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Ich war mir noch angezogen. Wenn ich mir die ganze Zeit immer so ein Quatsch von dir anhören muss, dann läuft mir die Nase. Ah, hast du jetzt schon Beton hier reingemacht? Ja, sollte ich noch nicht. Dann schnell abbauen, ja. So lange ist es noch feucht. Der Mark hätte sie wieder nicht an den Bau schlagen. Entschuldigung, aber... Ich habe nur jahrelange Erfahrung in dem Spiel. Jahrelange Erfahrung im Garage bauen. Ja, genau. Eigentlich stelle ich die ja nur auf. Ja. Pass auf, als nächstes baut doch noch ein Rolltor davor. Ja, kommt ja wirklich. Ja, kommt so eine Zubrücke davor. Zumindest der Plan. Also mein Plan war eigentlich eine Bunkerausfahrt. Ja, dein Plan. Ja, den hast du wieder durchkreuzt. Ja, ich möchte diese Zuge fallen. Wir haben die Scheiß jetzt gebaut. Natürlich das... Ja, ich möchte die Zuge fallen. jetzt haben wir noch verbaut hier jetzt gerade noch erzählen mit jahrelanger erfahrung immer dasselbe mit diesen großen bolern ja wieder müsste eigentlich auf dieser anhöhe seien mal gut mit der fackel welt nicht viel reißen doch kein zentrum die europa das war gucken was wir noch machen hochwerten nein weißt du wer hinter uns steht in der tabelle haben die heute gespielt verloren gegen bremen freut sich mein beschäftigter diese die wechsel sowieso beschäftigt der stromgenerator eine verbündschaft zu anfrage von west wo erhalten immer an ich mache ich das denn du gehst wahrscheinlich du gehst in dein inventar den reiter ganz rechts spieler genau und jetzt kriegst du da musst du glaube ich auf plus drücken kann hat 10.000 ist so ein scheiß stahlsäule jetzt sehe ich dich gerade auf deinem stream geben auf plus genau ja ja ich hab's gerade in den betonbruder habe ich auch gerade mal eingeladen jawohl jetzt machst du hinten noch einen haken rein da kannst du dir auf den kompass sehen die leute weil jetzt jetzt kann ich dich sehen ich bin nämlich jetzt gerade über dir ja und ich wollte mal gucken wie weit wir jetzt schon gekommen sind da kennst du die ausmache ok ein stück müssen wir noch ein stück ja so 30 blöcke vielleicht kilometer und dann gehen wir mal ganz nach oben also mit so einer schräge nach oben dann machen mal die zufahrt jetzt wird er wieder brutal wenn der seine zugbrücke nicht kriegst du wirst dich noch ärgern wenn du jedes mal vom bike absteigen muss um diese zugbrücke zu aktivieren also offen lassen können wir eigentlich nicht auf der anderen seite was passiert wenn wir sie offen lassen eigentlich nichts also ich meine wenn man zombie angriff kriegen spawn die form eingang deswegen will ich ihnen ja so weit wie möglich weg bauen die spawn ja irgendwo da bei uns im wald irgendwo hier zerreißt sich wieder was nur witsch alter 10.000 stahl 6.000 beton und dennoch mal 3.000 beton ist ja schlimm das ist ja schlimm ja 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 genau ja ja 배ni ja unser multistream jetzt auch buddlestream nennen können wissen was eigentlich in den stream reinschreiben wer mit bullen will immer gerne, wir suchen immer noch leihkräfte wir stellen auch das werkzeug wir bieten euch übertariflichen stundenlohn und noch besser könnt ihr während der arbeit bier trinken der kühlschrank ist voll mit davon nicht werden die hier hier Ja, 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 ja. Bist du uns dann eigentlich mal Gedanken machen wegen den Stützpfeilern oder halten die das Ding einfach so aus? Ja, das halten die aus, da wurde. Ja, ich baue schon hinter dir alles fertig. Achso. Sobald was frei ist. Wie gesagt, unser Anfang mit runterbuddeln und, ne? Dann ist es uns auch auf den Kopf gefallen, aber jetzt ist alles eigentlich so. Du kannst Beton, ich meine, glaube ich, Beton kannst du sechs Steine in der Breite bauen und das hält immer noch. Bei Holz ist das nicht so. So nicht anders. Ich finde das bei dir aber witzig im Stream, deine, deine, ähm, Celsius-Angabe springt immer auf 35, 36 und wieder zurück. Das hat doch was, oder? Ich würde sagen, ich habe mich genau passend angezogen für diese, äh, für diese Aufgabe. Jo. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich anhabe, das ist mir eigentlich auch herzlichst egal. Boah. Weil bisher, das Einzige, wo es mir jemals aufgefallen ist, 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 ganz in Anfangszeiten, wo noch Winter gewesen ist und es dann dunkel wurde, da wurde es mir dann ein bisschen kalt, da muss ich mir dann mal ein Lagerfeuer zuspruch machen. Ja. Also, du bist schon, also, du bist schon ordentlich gekleidet, aber, äh, Turnschuhe gehen gar nicht, ne? Sicherheitsschuhe, da wäre ja immer hier. Ja, S3 Sicherheitsschuhe, genau. Sicherheitsschuhe. Ja, ey, ich stelle mal vor dir, dir fällt so ein Stein auf den Fuß. Das stimmt. Der ist platt. Der sollte aber gestern auch nicht geholfen. Was nützt mir denn dein, äh, so ein komischer Sicherheitsschuh, wenn ich am Ende dann sowieso mir wieder den Knochen breche, wenn ich die Leiter hochfälle? Genau, wer war. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich dich aber hergegeben. Wer schießt denn da schon wieder? Ich, um die Schreierin. Danke, Mensch. Action an der Oberfläche. Ey. Und wir buddeln die. So was habt ihr ja. Na, 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 na. Immer die Strafarbeiter hier, ne? Ja. Hab in die Mine. Hallo, ich bin hier auch nur am Beton kloppen. Äh, ich sortiere gerade die Scheiße, die hier der Herr Wespe und ich wahrscheinlich so gemacht hat. Was? Loot diese Kiste unsortiert, da kannst du doch du verbrochen haben. Arsch. Ich hab's immer kurzzeitig zweckentfremdet vor dem Hordenangriff. Kurzzeitig zweckentfremdet. Aber ich hab alles wieder in den Taschen. Mein Inventar ist wieder voll. Lügen, das kannst du. Oh, Arsch. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht kränken. Ich trau mich nicht mehr raus heute. Und morgen. Das wird generell. Du lauerst mir wieder irgendwo auf. Wieder. Ja, wieder. Das ist aus deinem Mund. Dein Fon ist so. Uh. So, dann geh ich mal wieder ein bisschen unten mit der, mitbuddeln. Ohne, ich will noch oben verledigen. Ich hör ne Witch. Oder nix. Ja, wir sind ja direkt unterm Actionplatz hier. Oh, stimmt ja. Da musst du auch noch kaputt schlagen, ne? Ja. Eieieieiei. Äh, okay. Meine Maus und meine Tastatur funktioniert nicht mehr. Was? Ja. Ja. Äh, ja, okay. Das sollte, das sollte werden. So, zocken Sessions muss das immer mal passieren. Das gehört einfach dazu. Oder besser noch so ein Multiplayer-Game, wo der, ne? Genau. Gar nicht aussetzen darfst. Ich bin mal gespannt, wie viel Erde der ist, die noch gekackt. Boah, hab ich da bei der PS4 immer gehasst, wenn der, wenn der Controller auf einmal leer war. Was ich zum Beispiel aber auch nicht ganz verstehe, ein Kumpel von mir, der, 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 der kotzt sich immer wieder bei mir aus, wie scheiße, ähm, tabellose Peripheriere ist. Hm, noch kauft sich die Scheiße. Ne, der kauft sich die nicht, weil ich mir, kaufe mir die. Alter, was soll ich kommen? Ja, ich soll's sagen. Ja, ich hab's eine kabellose Maus und ein kabelloses Headset und ich hab, was er immer hat, dass so ist, dass hier irgendwie übelste Latenzen, ich hab, ich ja nicht mehr gemischt. Ach so, der Block hier in der Mitte muss auch mal noch kaputt gemacht werden hier unten. Welcher Block, ja, der hier? Ja, da, wo ich gerade rufschlage. Bei der Musik, ja, so ein Electric-Falz reinkloppen. Ach so. Die muss ich erstmal produzieren, davon brauchen wir mal wieder ein paar. Zwei Stück haben wir noch, in der komischen Baumaterialkiste. Ja, der wird aber nicht reichen, glaub ich. Der, glaub ja auch. Ich glaub, wir brauchen dann auch wieder... Stacheln, oder? Brauchen wir auch wieder. Ja, schon produzierst du, also. Wir brauchen noch wieder diese Eisenstangen, das hast du nicht gesehen. Ja, stimmt, ja. Da fahren wir auch noch ein paar Stück, aber... Reicht eigentlich der Generator noch dafür, wenn ihr jetzt noch weiter ausbaut? Also müssen wir... Der Generator, ja, aber wir brauchen einen neuen Motor, dann. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir sogar zwei Motoren. Ja. Ja, kriegen wir hin. Machen wir nochmal eine Lootour. Ja, ich glaube, nur... Vielen Dank. Nein, das ist mir zu schade. Das ist mir zu schade. Stahlgerüst in den Boden einzubauen. So, Jungs, ich bin mal ganz kurz weggehe, dass wir das Bier wegbringen. Ja, ja. Ja, schön. Ich will den beiden Bootlern da mal ein bisschen helfen. Mach mal. Ne, denn deine Hilfe überhaupt verdient? Das ist natürlich eine Frage. Nee, es ist schwer zu wandern. Oh, ich helfe gerne. Ihr Bedürftigen. Den Arm krank. Mir fehlt eine Säule, Herr Vespo. Ich habe keine Säule mehr. Weiß nicht, was das für eine Scheiße werden soll, aber das sieht halt wieder aus hier. Du willst ja mal was bauen können, du wolltest doch helfen. Ich mache den erst mal fertig, Herr Vespo. Ach ja, mit Dongen mehr. Ach, der sieht hier schon wieder aus. Lässt dir den einmal an die Arbeit. Zack, fehlt die Hälfte. Aber pass auf, mach mal Stahlgerüste, wenn du schon auf dem Weg bist und neue Säulen hunderter. Hunderter Säulen, würde ich sagen? Nein, hunderter Säulen, die großen. Hunderter Säulen. Danke. Wie viel Stahlgerüst du brauchst, ungefähr? Boah, mach mal 400. 400? Das ist ein leeren Oben, das ist ein sauergebnis. Ich höre eine Witch. Kannst du nur 60 klären, schön. Kommen wir aber ja alle, erst mal 60 und dann noch miteinander. Ich bin wieder da. Jo, ww. Du hast doch mal ein falsches Pausending nach. Bring Kuschel und Kaffee weg. Du hast Bier weggebracht, Kaffee. Ja, entschuldige mich. Das geht gar nicht so. Das ist eine Dreißigkeit an Lüge hier. Immer diese Fehlinformationen. Das geht gar nicht, aber... Ne, jetzt stell dich mal vor. Der Arbeitskollege sieht, dass ich Bier trinke. Um Gottes willen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Wer ist der denn? Ist krank, wehrd. Ist gleich, ist gleich der Abmahn. Der wird sich fragen, was für Bier? Nur Bier. Schön, schön, schön. Und ein Cookie ist da auch noch. Ein Cookie? Oder was ist das? Hä? Hä? Muss ich da eingeben, mein Vespo Multistream? Ist das bei mir im Chat, oder nicht? Ja, Ausrufezeichen. Was muss ich eingeben? Multi? Ich mein Multistream war das. Multistream. Multipass, Multipass. Ja, hab ich auch eingeben. Passiert nichts. Warte. Toll. Vespo dein Chat ist schon. Ja, ich schick ihn schon. Ne, ne, ich hab hier. Da, guck. Ah, guck. Ich hab ein bisschen Mott. Ja, herrlich. Mein Gott, geht die Witch da wieder ab, ey. Was klappt die denn? Klappt die auf den Baum? Die braucht Holz. Ja. Die braucht Holz. Oh, 36 Sollen, aber. Ich treff's doch nicht. Ich treff's doch nicht. Keine Ahnung. Ja, Beton. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Schön war's. Ach, Kerstin, du filmst ja jetzt auch, ja? Ja, klar. Machen wir hier ein Multi, jetzt bis zu dritt. Ja, das ist auch noch. Da müssen wir das aber erst mal noch einbinden, ja? Hab ich schon. Ach, hast du schon. Das sind so klein, die Säulen hier. Eieieiei, muss ich gleich die anderen Säulen produzieren. So, da ist der Link. Oh, ich binde gleich einen. Wo zieht man diese Säulen, Herr Vespo? Die Polizei jetzt selber, ich hab keine Ahnung, wie ich weiß. Du Scheiß hier. Was, hast du jetzt die Puffzieger gebaut, oder was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich wollte die mit dem wieder wahren, oder waren diese kleinen da, die schmalen Säulen da. Okay. Ich mach schon Material. Herrlich. Boah, ne dicke im Lager. Ne dicke im Lager. Die dicke im Lager. Ja, sei froh, dass ihr nicht in die Garage reinläuft. Ja. Ja, hier sind ein paar Zombies. Boah, warum rennt denn der auf einmal? Wir haben... Der rennt bescheuert. Ah! Ja, die rennen jetzt noch. Ein Renner. Fuck, fuck. Weg. Weg, 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 weg. Hier rennt einer im Lager. Alter im Lager. Hier wird nicht gerannt. Ja, gut. Aber jetzt geht's noch ein Ries. Ja, ja. Die hört sich ja witzig an die Waffe. Was hast du da? Der B. Cool. Juhu. Ich hab drei Schuss. Äh, 762 hatte ich in gewissen Mengen nochmal angesetzt auf der rechten Werkbank. Ah, okay. Das ist perfekt. Jawoll. Ich schnapp mir mal die 100 Schuss. Ich mach ne neue. Jo, ich geh wieder runter. Äh, die Kruft. Die Kruft, ja. Das stimmt, halt. Äh, ist passend. Oh, Mann. Nimm das doch. Ja. Jetzt hab ich das Baumaterial vergessen. Ah, Mann, 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 Mann. Das sind die Laie auch weiter. Können nix. Ähm, wir hatten übrigens drei Molotow-Cocktails, ne? Die haben wir nicht gebraucht. Das ist so ein Bandmast, was sechs Meter lang ist. Ja. Kennst du das nicht? Kramplätze müssen verdichtet sein. Mhm. Oh Gott. Das ist so geil. Das wäre dann auch nichts, genau. Sie sind doch nicht in der EU, die Scheiße, Norweger. Die haben Leben vorbeilaufen. Ach, shit. Ich hab' ich die lieber so. Mhm. Ich hab' den Server neu aufsetzen, sonst krieg ich mal diese Scheißkiste hier nicht mehr auf. Ehrlich, ehrlich. Nur weil du die wieder abgesperrt hast. Tja, ist so. Ist so. Tja, ist so. Ist so. Wie weit geht denn, wenn die denn da noch? Also ich glaub, wir müssen jetzt noch so 20... ...steine wegmachen und dann gehen wir so langsam nach oben. Ach, das ist ja... ...heil wir nur am Target auch angenommen. Naja, naja. Beschwer' dich einfach nicht. Beschwer' mich ja gar nicht. Stell' nur fest. Ich kann mich beschweren, weil mein Rum wieder leer ist. Dein Rum ist leer. Wenn du jetzt aufstehst und die Rum zu holen, dann kannst du mir gleich noch ein paar Bier mitbringen. Meinst, das ist nämlich auch leer. Jung, du hast was vergessen. Ich hab' den Kühlschrank direkt neben mir. Stimmt, der ist nicht ja in der Küche. Ach, das war ja, das war ja, das war ja wieder dieser Pro-Gamer-Vorteil, ja. Weil du ist eigentlich mit deiner Kamera jetzt angeschlossen, aber bist du aber nicht zugekommen. Naja, das hab' ich auch nicht mehr geschafft. Ausdehung, ausdehung, oder? Komm du mal pünktlich zur Zockersession, ja? Dann mach ich doch, wie soll ich hier? Ja, nach so zwei Stunden per Spätung. Zwei Stunden per Spätung, entweder. Ich bin Krüppel, Junge. Ich brauch' lange, wenn ich mein Zimmer bin. Ja, ja, ich mach' mir den Fuß. Nach einer Stunde ist er immer noch nicht da. Ey, man, jetzt du es. Das dauert. Du hast dir wohl auch das Bein gebrochen, oder was? Nö, nö, nicht. Ich hab' mir nur die Treppe runtergefallen. Komm, mir was halt vor. Ich hab' den, äh, die Bänder sind verletzt, deswegen kann ich nicht richtig laufen. So, Leute, und das war jetzt mal kurzer Teil von Mimimimi. Alles gut. Aber Marc? Ja? Mal davon ganz abgesehen. Ein Follow ist kein Verbrechen, Herr. Ich seh' den, aber den kann ich ja ein Followen hier in dem komischen Ding hier. Naja, nicht Multispeam, da musst du mich direkt anklicken und dann kannst du oben auf Folgen klicken. Kann hier aber nicht. Oh, nur lieber Westen, nur lieber Westen, wer hat dich da wahrscheinlich... Ich glaub, den, du musst den Link schicken, dann schafft das. Das ist doch so schlimm. Ja, gucken wir mal nach hier. Der folgt dir bestimmt, der Westen. Äh, ja, was halt der? Ja, ich mein schon. Ja, ich mein schon. Ich hab dich aber immer noch nicht im Host drin, weil meine Handy-App das nicht zulässt. Aber dann hab ich gleich am Rechner. Äh, im Gisten lassen, ich mich öffnen, ja. Ich hasse das bei Twitch, weil die, ähm, App, die hat nicht alles drin. Ähm, wenn du die App vom Handy benutzt, sowieso nicht. Aber ich kannte ja zum Beispiel... Ja, da war ein Follow dabei, genau. Ähm, was allerdings aber auch totaler Rotz ist, ich hab's mal probiert, ich hab mir mal dieses Twitch-Programm richtig vom Rechner runtergeladen. Ja. Alter, das ist der größte Müll aller Zeiten. Echt? Also, wenn du dir die Webseite im Gegenzug da mal anschaust, da, da blickst du durch, aber die App, da, da denkst du, du stehst im böhmischen Dorf oder irgendwo. Mhm. So, gehen wir mal weiter buddeln hier. Ich geh erstmal meine, äh, meine Spitzhacke wieder reparieren. Haben wir eigentlich noch Betonmischung? Ja, ich hab welche dabei. Wächst so 7.000. Muss halt für unten, für... Ich war ja für das Lager, für euer Lager da. Oder deine Garage da. Geh ich mir jetzt auch mal da drin, hier wieder. Dieses herrliche, gottverlassene Moment. Hier wird noch immer das Leben herrschen, glaub mal. Ja, das stimmt. Ich glaub, wir werden hier unten, hier unten, werden wir auch noch so ein paar Lootboxen reinpacken. Schön, schön, schön. Ja, richtig schön, ja. Ich glaub, die Tankstelle hier rein, auch nicht mal gekauft, aber... Wie wäre das? Was dann? Das ist ein Ambiente hier. Richtig schön hier unten. Was war das nochmal mit der Zappsäule? Konntest du die eigentlich legen, oder? Ja, ja, die kann ich irgendwo hinstellen. Ich weiß nicht, wie ich das dann spawne. Das wär schon nice. Das wär echt nicht schlecht. Aber die können wir echt hier unten reinstellen. Ich wollte die nämlich für die Garage aufbewahren. Ja gut, viel wird da nicht spawnen, ne? Da hast du vielleicht mal zwei bis drei hundert, oder so. Ja, oder. Aber... Oder schon was haben, oder nicht haben. Ja, ja, klar, aber wenn du mehrere Säulen hier aufstellst... Ach, die Kuchen, weil die zweite wollte ich grad sagen. Mehrere Säulen... Ja. Ja, die Säulen... Ach, ja, ich will ja mal zum Händler gehen. Da hat er ja auch welche. Ich werde mal neue besorgen. Das letzte Mal hat er welche gehabt. Das ist der eine. Da hat er auf jeden Fall ja. Kaufe ich da eine. Alter, die ganzen Mini-Bikes sind ja kaputt. Der West wurde alle zerstört. Die sind nicht kaputt. Was ist denn da für eine Scheiße? Dann kann man sich immer draufsetzen. Wie will man damit fahren? Setzt immer da drauf und fahren damit weg. Die waren gestern noch alle gesperrt. Deswegen konntest du nicht sitzen. Ja, ja, ja. Dann kannst du ja gleich mal beweisen, wie man mit dem Weg fährt. Ey, ich hab die doch gestern umgestellt. Die da oben fahren. Nicht, weil da keine Reifen dran sind. Ach so. Warum sind da keine Reifen dran? Weil wir die noch nicht haben. Ach so, sie hatten doch mal ein paar, oder? Wir hatten schon öfters welche, ja. Nee, ich hab nur mein Bike versenkt mit zwei Motoren, einer Batterie und und plopp war es auf einmal ganz weg. Genau mit dem vollen Luftcontainer. Ja, das ärgert mich heute noch. Ja, das sollte dich auch ärgern. Das sollte dich wirklich ärgern. So, Flo, was hacken wir denn gleich, wenn wir hier mit fertig sind? Also, ich muss sagen, das sieht bei mir gerade richtig spannend aus. Auf dem linken Monitor sehe ich mich selber wie eine Wandabschlage. Auf dem rechten Monitor sehe ich den Scratchel und den Wespo wie die beide dieselbe Wand abschlagen. Dann wäre ich ja auch stehen. Das ist ja mal. Das ist ein Samstagabend. Voller Spannung. Ja, das ist Action. So stellt man sich das vor. Wenn du den Multistream 1 auf den neuen, dann siehst du mich ja ohne und ich haue ohne. Ach so, du bist auch noch dabei. Ja, ja. Ja, kann ich im Riechen wirklich. Wenn du bei mir Ausrufezeichen Multie eingibst, dann kommst du auf die 3er Multistream. Ach so, ja, ich habe schon gesehen, hier ist auch einer reingeschossen. Da war er ja zu dritt hier. Wunderbar. Und wir arbeiten alle mit dem Spritzhack. Ja. Das war's. Irgendwann bekloppt das hier schon wieder schießwütig dich aus. Ich bin's nicht. Gleich erst mal schnell einen Stream anmachen. Wer war's? Wer ist denn Null? Oh, bei Gelegenheit. Ich sollte mal vielleicht was trinken gehen. Habe ich vielleicht sogar was einstecken? Ich hab was mit, wenn du brauchst. Äh, ja, wäre nicht schlecht. Ansonsten hätte ich jetzt hochlaufen müssen. Warte mal. Ich schmeiß's raus. Ich hab alles, deswegen ist mein Inventar voll. Danke, Leo. Jo. Ich hab gerne alles bei. Das ist ja schon wieder der Witch. Wo sind die Rahmen? Hatte ich zwei Stacks. Das ist ja schon wieder. So, ich würd sagen, wir machen jetzt noch... Bis hier gerade. Hier, wo ich jetzt stehe. Okay. Und dann gehen wir mal Stein für Stein jeweils einen hoch. Jawohl. Und dann bauen wir da ne Schräge nach oben. Dann kommen wir raus. Okay. Weil dann lassen wir das hier oben mit der Decke auch so. Was ist eigentlich mit Karl-Heinz und dem Buster? Äh, die saufen heute, weil die noch die letzte Wochenende... Wie heißt das? Ruhe haben wir dann... Nein, das ist Ruhe. Jetzt sind die Eltern jetzt noch im Urlaub. Und dann nächste Woche sind die alle wieder da. Oh. Nur da ich einen Krüppel bin, kann ich ja nicht an... Ja, ich hab dir schon zweimal die Spitzhacke in die Fresse getroschen. Genau deswegen lernt er nicht draus. Ja, 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 ja. Quatsch. Da schwingt er wieder seine Reden hier. Was? Reden? Reden? Ei, 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 ei. So, jetzt, was war das denn? Hallo? Ja, ja, ja. so ich fange hier schon mal an schräg hoch zu gehen ok erst mal mit dem material fertig 84 war oder okay dann haben wir noch ein bisschen zeit wenn wir jetzt ordentlich steine wenn wir jetzt ordentlich steine nachdem wir alle hier so ist keine sorgen umsteigen da kommt schon wieder was fudern muss er Das achte mir auch gerade ab. Oh, da sehe ich auch was dabei. Ah, ich habe auch was dabei. Halt auf die Tasche hier. So, mit vollem Magen geht es weiter. Ich brauche Betonmischung. Ja, wenigstens Ausdauer wieder. Betonmischung. Oben, ach so, ja, ich komme gleich mal hoch. Ich muss schon mal eben die Betonmischung bringen. Ich habe auch schon wieder 1.000 in den Betonmischern reingepackt. Jo, ich mache nochmal 5.000 rein. Ja, wo soll ich denn schon mal, ich kann ja schon mal upgradeen. Wo soll ich upgradeen? Ja, überall wo, ja, überall. Ach Steine, Mann. Moment. Ich habe hier da rumgekloppt. So, wo war denn hier, wo braucht es denn Betonmischung? Ja, überall wo. Ja, überall. Der Rahmen, okay. Siehst du noch bei den Rahmen, ja. Alle Rahmen, gut. Machen wir mal hier die Rämpchen. Ja, wie ist denn der Ram? Ja, das war der Ram. Ach so, ja. Ach so, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Was? Was ist denn hier los? Uiuiui, fass in die Spieße reingerannt hier. Aber manche Säulen wollen hier gar nicht trocknen, ne? Ja, manche rüste ich wieder auf. Die sind ja nicht alle aus Beton. Das ist ja auch gut aussehen hier, Junge. Alles gut, ich sag ja nix. Ja doch. Das ist schon mal beschwert. Was? Das ist ein verschwendes Beton hier. Du hörst Stimmen. Wenn du es weitermachst, fliegst vom Server. Das sind doch die Standard-Drogen, die du sonst auch immer hörst. Stimmt eigentlich auch. Du weißt doch, dass ich halt nie ernst war. Du mit dem Bannen bei Twitch. Ah. 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 Guck mit dem Bannen. Vielen Dank. Ich will ja nichts sagen, aber dieses Hacken hat durchaus einen Vorteil für mich. Ja, Levels. Richtig. Hey, hier wurde Beton verhessen. Eieieiei, dann komme ich gleich wieder nachfüllen, Moment. Schweinerei. Gute Arbeit. Skandalös. Ich weiß, das ist die monotone Arbeit, da geht auch schon mal was unter. Ich verstehe nicht. So, also hier auf der linken Seite habe ich jetzt schon mal so eine Rampe. Daran können wir uns so ein bisschen richten. Wo wurden wir vergessen? Jens hinten in der Ecke. Ach hier, hier unten. Sieht aus gut. Ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Da war ja auch noch, hier ist noch Erde statt. Achso, den wechseln wir mal aus, bitte. Ist das kein Rahmen? Ist das kein Rahmen? Ist das kein Rahmen dabei? Achso. Ja, gut, den komm ich. Mal gucken, wo du bist. Hast du ja auch alle in der Pfeil? Naja, ich glaub ja, warum stehe ich hier bei dem... Ich bin schon bei Erde. Ach, oh, guck mal hier. Sieht gut aus. Bei Erde musst du ein anderes Werkzeug nehmen besser, ja? Ja, nimmst du am besten die Schaufel. Die nimmt dann nicht so viel Schaden. Können wir das jetzt aufmachen? Das habe ich ja schon verbunden. Ja, wunderbar. Ich schmeiß ja ein paar Beton hier hin, das war noch leichter. Ja, aber ich glaub, das war's jetzt so. Ja, heilig. Mach mal her. Reicht und reicht und reicht und reicht und reicht und reicht und reicht und. Ja. Ich schaue auf in dieses... ...sünder herrliche Loch da hin. Ich will doch Freude. ... ... Wunderbar sieht das aus, ehrlich. Kann man auch später streichen, dann kann man da so eine schöne andere Optik hier reinbringen. Für Farben bin ich verantwortlich. Jo, da gibt es ja so Metallboden. Ich habe ja schon gesagt, wir können auch Parkplätze aufmalen. Nein, wir machen Teppichboden. Teppichboden in Garage, ja auch, ehrlich. Ist auch sehr nice. Allkleine gerade. Der muss ja... Ja, Kunstrasen halt, ne? So, also bis zur Oberfläche ist nicht mehr weit, ne? Da geht's auch. Welcher Vollpfosten hat denn hier jetzt... in das Haus... das hier? Klaus, warum hast denn du jetzt hier... da was reingebaut in die Tür? Ja, ist egal. Ich habe mich jetzt nur gewundert, was soll... Ist doch gut. Ich weiß ja nicht. Man sollte nur nicht mit dem Hammer aufklicken, wenn man gerade Beton im Hinterrad hat. Das wäre schlecht. Ah ja, passiert immer. Oh, hier sind Schaden der Mann, da brauche ich aber ab. Boah. Ah, stopp. Da auch noch nicht. Oh, nicht. Ach, egal. Ich wollte die Decke schon verkleinern, aber wir müssen gleich mal gucken, wie das mit der Schrägen auskommt. Ja, also kann ich jetzt hier zumachen? Ähm, wo? Warte. Gerade im Inventar. Da kannst du machen. Nur die Decke habe ich wieder weggenommen. Also ich buddel jetzt auf, ne? Nach oben. Heißt, fortan müssen wir uns auch drauf einstellen, dass Zombies ankommen. Dann hätten wir mal wieder ein bisschen Action für die Zuschauer. Das war ja mal was für die Zuschauer. Die wahrscheinlich gucken wir uns alle gegenseitig jetzt zu. Deswegen haben wir da irgendwie vier Zuschauer. Ne, hey, aber immerhin es gibt auch Twitch, äh, Twitch, komm, äh, Pluspunkte, die auch vor. Ja, stimmt. Ja, gut. Mein Gott. ich kann nicht ja am 13 der sagt mir was ja ist der arzt ja ich weiß dass ich wo die knochen brech nicht jetzt stützt alles eine kacke geht mal weg da ist egal dann müsste eigentlich halten mag der beton kommt runter du weißt schon dass ich nur scheiße da ja das stimmt ich gerne rich vorsicht ja ja ich war so was soll passieren endlich tageslicht und ich habe hunger da ist er ja toll kommt sie runter ich glaube eher dass die anderen da kommt dann die müssen steil dieser auf immer kommt noch mehr besucher das ist nicht steil was nein war ich immer mit mopets hoch ja ja mit der mopetze eine mopetze ist das mopetze eine general so weiter geht's oder auch nicht ich wollte sagen der mark hat macht nur wieder krach so nicht anders oder bursche wenn zudem die zugrücker war ein bisschen breit die zugrücker hier ne ja 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 komm ich bin draußen Erdboden bauen, damit wir das hier später machen können, ja. Ich hole mal die Zugruppe. Ich hole mich. Ja, ist die ganze Ecke weit, die wir jetzt hier gebrüttelt haben, ha? Hm, ein bisschen breit ist es geworden, aber gut. Hey, du hast mich eingebaut. Geil. Kommst du raus, oder? Ich sehe nur ein Leuchten aus den Steinen raus. Jetzt wollte ich ihn begraben und da kommt er doch wieder raus. Jetzt bin ich begraben und direkt so. Dann gehe ich mal ordentlich Gras putzen über den Boden. Na, freilich. Jetzt auch noch die Bäume umhauen. Ja, muss. So, jetzt müssen wir erstmal hier damit zubauen, ja. Und dann hole ich jetzt die Zugrücke. Du mit deiner Zugbrücke. Ich werde halt mal sehen, der Teil hier umgebummt. Man baue ne Brücke über Wasser. Ich baue ne Brücke über Wasser. Dann falle ich da auch nicht mehr rein. Ich baue ne Brücke über Wasser. Ich kann mal Wasser laufen. Gott. Sieht nicht schlecht aus. Weil sie noch nicht... Ja. Auch zu mir. Immer nur am Mosern, ey. Jetzt buddel hier mal deinen Graben, den du haben möchtest. Deinen Graben. Ich weiß ja... Ich will ne Zugrücke bauen, damit wir dann... Wir fahren die sozusagen hoch und wir können dann da reinfahren. Verstehst du? Da musst du warten, bis ich das Dach fertig habe. Richtig. Aber du könntest... Du könntest schon mal an den Seiten weiterbuddeln, damit ich die Wände hochziehen kann. Ja, ha, mei. Nur am A Arbeit verteilen, also. Dann fällt mir jetzt hier schon wieder runter. Weißt du, bei der Arbeit macht man erst A und dann B fertig. Sonst kannst du C nicht anbauen. Das ist der größte Hohn heute. Was? Dann ist es einer. Eieiei, eiei, 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 eiei. Ich wohne ja die ganze Zeit nicht. Mal denselben Chef. Wie arbeitest du denn bitte? Dieselben Chef. Ach, der hätte dir, glaube ich, nicht viel zu sagen, ne? Äh, das würde ich mal ganz sagen. Die Hierarchien hatte ich so richtig verstanden, habe ich ja Gefühl. Äh, ich habe ja vergessen, dass das eher der soziale Bereich war. Der soziale Bereich? Mhm. Arschwund sitzen und, ne? Hey Gott, ey. Oh, scheiße, ich muss was essen gehen. Erzähl mal den sozialen Dienst, da will ich was anderes erzählen. Über den sozialen Dienst habe ich ja nicht gelästert. Oh Gott, ich habe über den Praktikanten vom sozialen Dienst gelästert. Ah, ja, ja. Such. Das ist ja Stein. Steine, ja. Kannst aber auch nicht hier auch schon halten. Boah. Hey. 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 so ich muss mal immer futtern gehen ein spiel zwei prozent nur noch ja viele besucher kommen heute irgendwie nicht aber heute ist glaube ich auch nur verstehe ich nicht obwohl es so spannend ist heute ja sind aber nur 400 zuschauer bei 7days drin also ein paar sollen hier hinsetzen wird es nicht vielleicht zwei nebeneinander setzen wo finde ich ein gras 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 nicht gras ach so dass das ist blei glaube ich ja 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 pinze in der metall so so zwei beton oder so stahlträger vor unsere die stahlgerüste du brauchst dann vor den eingang was willst du oder warst du dann nicht steht das egal ist egal kurze frage wie gebe ich den ofen das brass jetzt rein oder das messing ich gehe einfach an und dann du hast oben rechts das holz da kannst du holz reinpacken und da drunter hast du zwei steckplätze wurde das freien brennen kann ich melzung genau da packst du es rein und wenn holz drin ist einschalten wenn sie schon an ist also bei schmelzung sind aber schön dann nimmst du eins raus und packst eins rein oder steckst es zusammen weil meistens ist ja zweimal irgendwie eisen oder zweimal stein hier ist es gut egal ich kann ich kann ja ich kann hier mal in die anderen öfen mit reingucken ja der untere dann und ja ich habe wieder was oh 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 und er hat hunger user entered your channel oh junge jetzt wieder markenbutter 0 0 und markenbutter 1 was wird jetzt ja weil ich ständig unterfliege in Telekom, ich grad wieder abzuhalten. Wechsel zu Kabel Deutschland. Ach. User in your channel timed out. Ja. Jetzt ist der andere weg. Ich drücke mal kurz AFK. Du musst das jetzt schneien. Na. Ja, Schnee ist doch schön. Das ist immer wenn du baust. Oh, die nächste Piste, die nicht mehr funktioniert. Okay. Wird unsortiert, ich komm nicht mehr rein. Wo kann ich eine Kleidung produzieren? Was? Kleidung? Sortieren? Ne, nicht sortieren, produzieren. Achso, du kannst überall machen. Aber musst du auch wieder lernen. Ach, ich geh mal wieder zur Kiste. Da ist ja keine Kleidung drinne, glaube ich. Großartig. Da sind Rüstungen drinne. Was für Kleidung möchtest denn produzieren? Fangen wir mal so. Mantel. Den kann man, glaube ich, nur finden. Aha. Okay. Du kannst mir höchstens reparieren, wenn du ihn hast. Ne, habe ich leider nicht. Ach, soll die Scheiße mit dem Stahlgerüst den ganzen Tag, ja. Wer baut denn sowas da mal hin? Irgendwer lacht sich doch jetzt gerade einer ab, aber das ist wahrscheinlich der Marken, Bruder, weil der hat das Mikrofon gemütet. Der wird sein. Also, ich bin ganz weit weg vom Lager. Oh, fängt schon an, ich verdrück mich die ganze Zeit. Oh. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Auf die Kiste mit den Eisen kann ich auch nicht mehr zugreifen. Nee. Die ist doch freigeschaltet. Aber du kannst wirklich nicht mehr zugreifen. So. 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 . So. 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 . So. 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 vielleicht fehlt ja doch noch irgendwo ein stück oder so aber dann müssen wir gleich noch mal nachkontrollieren so wie sieht denn aus mit deinem lager da in deiner garage ja noch nicht weitergekommen ich bin jetzt gerade wieder zurück vom bunker so aber jetzt regnet ja zucker warte sie ist wie zucker aber sieht doch schon ganz annehmen war aus hier ja jetzt hier wird irgendwann kommt es gut zu kreisen zweifel oder so wo wollen wir die hin hier denke ich mal ja hier können wir die hinsetzen irgendwann wir müssten so dass das hier mit bündig aber nicht schlecht hier könnte ich die setzen und das hat wenigstens bündig einmal gucken erst mal fertig machen Oh, Lumpur. Schäucher Hunde. Oh. Hey, fuck sure. Hey, fuck sure. Hey, fuck sure. Ich bin bald schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, schön. Was ist jetzt? Ich gehe mich über töten, oder? Stimmt, das ist doch noch gar nicht passiert. Doch. Aber doch, stimmt. Ist jetzt immer ab. Ich muss mich nicht fressen. Vielleicht nichts mehr verlieren. Das zündet sich in Lund an. Danke. 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 Nein. Danke. Danke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wie sieht das aus mit dem Weiterbauen dahinten? Ja, viel habe ich nicht mehr. Ach, kann doch nicht mehr herstellen, ne? Ja, stimmt. Ja, gut, dann... Ja doch, also ich könnte jetzt noch Garageneinfahrt fertig machen. Ja, mach das doch. Aber erstmal brauche ich Material. Da kommt er nicht ran. Ach ja, das ist mein Ding, der kommt erst mal ran. Na dann... Auf Bord schaub ich ja noch was. Weil ich verarbeiten kann. Ach gut, schau. Komm mal da rum ran. Ja. Also kann man einfällen, wir könnten auch... Könnten die Garage später auch durch den Gang mit dem... Mit unserem Bunker ja verbinden, oder? Ja, klar. Habe ich das noch vorgeschlagen. Ach so. Dann machen wir doch... Du hörst mir nie zu. Ich weiche da gerade weg. Hier wieder... Eine unverschämten... Behauptung in den Raum stellst. Nein! Doch! Nein! Warum? Das wollte ich doch gar nicht bauen. Ja, mach das doch nicht. Jo! Oh. 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 Okay. Oh. Also die Kiste von Ledertierhaut und Stoff gibt jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Nee... Echt jetzt? Echt jetzt? Jaja... Echt jetzt? Ich mein ja. Super. Haha... Haha. so eventuell nachher ein bisschen näher ran mit der wand hier damit wir hier die auch bündig ist mit dem welche wand ja hier die mauer hier uns geschließt die ja nicht soll ja schließen soll ja zu gehen die witzige von oben zu macht oder wie ja dann geht hier auch so praktisch ich weiß gar nicht wie viele steine platz sich lassen muss wenn wir schon irgendwie knapp ich habe es ja noch gebrochen gehabt aber der stürzer halt ich suche das auch ständig versuch machen was hier so haben ja das ist natürlich schwieriger ja aber ich kann ja auch gerade steine am ende setzen genau gerade stellen jetzt nochmal dreieckige steine ich probiere es oder ist falsch und steine mit er muss abgebaut werden welcher der west scheiße welcher ist das denn das ist echt scheiße hat sich doch nicht von hier oben aber machst du da ist der falsche stein ja 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 ich darf wieder dran bauen weiße jetzt richtig also wir brauchen noch ein motor okay ich eingebaut du hast den stein aufgewertet jetzt kann sich selber da raushauen du hast dich selber ein betoniert ich habe die dinge nur aufgestellt das ist doch nicht normal ist doch schon mobbing das ist die wahrheit unterstellst mir dass ich schlecht gemacht so 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 ich habe schon wieder homer kann sein pressen bisschen dieses einzige loch da fällt ja rein ich habe eigentlich den stein setzen wollen Das ist das Karma, wenn ich einbetoniert habe. So. Guck mal, die Brücke. Also, passt ja alles nicht. Ist ja alles nicht bündig. Nö. Egal, wir werden schon sehen, was du davon hast. Na, fast war es auch wieder im Rahmen drin. Ich renne schon die ganze Zeit hinterher und versuche die wieder einzubetonieren. Da freut er sich über so was. Wenn er anderen leid zu tun kann. Da freut er sich. Schade, hat gar nicht geklappt. Haha, scheiße, ne. Ja. So, was ist mit dem Brückchen hier? Beton, Buddha. Ist scheiße, was wir hier gebaut haben. Die Brücke schließt ja überhaupt nicht. Dann machen wir keine Brücke. Fertig. Ich will ne Brücke da bauen. Mach doch hier, dann mach doch hier vorne ein Graben. Ich weiß auch gar nicht, warum hier Scheiben dran sind. Ein Graben, ein Graben. Da muss hier, da muss, da sieht besser aus, wenn das so aufgeht, Junge. Da sieht das aus wie so'n geilen Bunker. Das sind so wieder die Perfektionisten. Weißt du, wir werden uns schwarz ärgern, wenn wir mit unserer Motorradgang hier reinfahren wollen und erstmal alle Klappen aufmachen müssen. Ne, dann ist ja auch viel besser, wenn das Ding offen ist und dann zumindest einfach reinlaufen. Ja, die kommen aber nicht hier rein. Ne, natürlich nicht. So ein riesiger Eingang. Wie noch nicht. Da stehen die vor allem, oder? Das hätt ich nicht gedacht. So, bla bla bla, warte da rein. Bla bla bla. Schau jetzt mal ein paar Rahmen raus. Muss man halt ausprobieren. Ich hab nur noch 27 Rahmen. Ja. Ja. Boah, geht sofort und hol dir was. Da hab ich wirklich schon mal 300 wieder reingeschmissen. Bettler, ey. Also. Hier. Ich werd mir jetzt die Rahmen holen. Ist eigentlich normal, ne? Zockt der Arthur eigentlich noch, oder? Keine Ahnung, seh ich jetzt glaub nicht. Ich guck mal nach. Ja. Misscreated. Aber du kannst dir trotzdem abfragen, wenn man hier neu aufsetzen kann. Kurz einmal. Wir müssen ja nur den Server neu starten. Hm. Hm. Machst du denn auch? Ja. Sobald ich hier fertig bin. Meinen letzten Rahmen. Im letzten Loch. Dann haben wir noch Pipes dann. Komm hier auch. 20 Stiften reichen. Mein Ex-Element. Wie soll man eigentlich kein Stahll-Light? Ja. Ja. Kannst du upgrade'n? Kann man die upgrade'n? Ja. Andere können ja nicht mal neue herstellen. So. Dann gucken wir mal, was der Westgul von gebrochen hat. Nur Katte. Oh, das stimmt jetzt nicht. Eine Witch. Eine Witch. Und jetzt Geschrien. Immer wenn ich am Baum bin. Nein. 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 Scheiße. Das hält schon mal nicht. Das hält schon mal nicht. Ich muss mal anders machen. So, Zugbrücke, wo bist er? Da ist er. So, da wird Zombie frei sein jetzt. Guck mal, so kann ich die setzen, Zugbrücke. Oh, ich fühl die da. Ja, guck mal, geht doch. Okay, hier ist Boden. Also, so, da müssen die nicht durchkommen. So. Dann bau die doch mal da dran. Ich denke, nein, ich will die einen weiter setzen. Wenn der anderen bündig ist. Sonst haben wir da in der Mitte so eine... Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich hör schon wieder was. Ich boah noch mal ein paar Gerüste. Die Pflastersteine und Leben funktionieren mittlerweile auch nicht mehr. Ja, gut, da musst du ja den Server mal so aufsetzen. Das ist ja mal hier. Das ist ja nicht auch so. Boah, ich schreibe ihn mal an. All right. Okay. 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 mal gucken ist hier nur zwei steine breit oder wir machen wir jeweils am rand ein stein nach ane dicht dann haben wir zwei klappen und du hast aber auch so viel zu trinken ein guter roter t du hast ein bier ich muss hier gerade Wau doch mal! Wau doch mal! So, erstmal fehlt die zweite noch. Die ist noch hinten in der Werkwand. Da muss ich grad gucken, wie ich die am besten setze. Ich könnte die hier setzen. Die Wände. Und ich guck, ob das klappt. Sowieso, ich werd wegkloppen von der Vespo-Mauer hier. Du klopst dir gar nix weg. Erst klopp ich dich weg und dann komm ich an der Mauer weg. So. Wenn ich da ran setze. Muss ja auch bündig sein. Aus dem Satz liegen teuer. Setz doch Steine noch hier vor. Hier. Steine hier vor. Ja. Du musst sie ja irgendwo ansetzen. Da seitlich ansetzen ist scheiße. Ich kann die nur seitlich ansetzen. Hä? Du musst ja natürlich alles upgraden hier. Ohhhh. Schau doch, wenn ich die hier hinsetze, dann ist die direkt an der Mauer. Dann kann ich die zur Zeit nicht setzen. Aber in der Vergrade ich das. Aber jetzt will ich aber gucken, ob das auch bündig ist. Das sieht so'n scheiß aus, wenn dann ein riesiger... So ist okay. Oh, das ist besser, ja. Die Schrägen können wir ja später so lassen. Die kann ich zubauen. Ja, dann hast du hier so'n kleinen Spalt offen. Daher bleibt kein Spalt. Dann baue ich das mal hier erstmal... Dann rüste ich das hier mal auf, ne? Dann mache ich das hier mal... ... das Beton. Hat der Schipzig schon geantwortet? Nee. Nee, mach mal weg da jetzt, die komischen Block da. Nee, oder nicht? Nee, mach den mal weg. Mach den mal weg. Mach den mal weg. zt, ich steh gerade. Hätte fast geklappt. ja so nicht bündig das geht aber wir könnten stein davor setzen genau dann ist es nicht aber wir müssen ja darunter fahren das ist doch das ziel da krieg ich auch keine schräge drunter mehr ja dann schließt sie halt nicht richtig aber das ist auch ich kann ja ich habe ich habe noch eine zweite produktion vielleicht kann ich einen tiefer setzen dann muss ich wieder weg ich habe eine witch ja wird bei mir die beiden tiefer dieser scheiß und bei uns kommen die zombies aus dem lager und was teuer aber gut das klappt nicht so ja so ist scheiße fällt mir nicht das ding kracht ohne ja egal ja gut liegt auf soll ich mal anheben da ist ja gut dann kann ich die schon mal dann muss ich jetzt die andere mal anders probieren weil eventuell wenn ihr hier anliegt könnt ihr bündig sein da hätte man nicht einfach hier vorne ran bauen können wo jetzt hier vorne die schrägen beton sind ja da hat der westbro ja hat er ja nicht zugelassen nur schrägen was habe ich für schrägen hier vorne gebaut hier habe ich nicht gebaut ich hätte ja die ich hätte die zugbrücke so hier unten wo die betonschrägen sind dran gebaut ja und ich habe ja gesagt ein graben vorziehen und dann hat das wenigstens einen sinn mit einer klappe ein graben ja ja genau mann ein graben und unten in diese äh schneide ich habe ich habe diese schrägen hier unten nicht gesetzt das ist beton das ist für mich das ist für mich dann hätte man nämlich wunderbar rein und rausfahren können na ich meine geka ach du wusstest sag mal Killed in action du sagst du ein bisschen zombiehafter aus ja danke wenn ich die hier setzte dann müsste die eigentlich schließen oder tue ich mich jetzt oh mein glas ist leer ist nicht billig was kostet denn so ne zugbrücke die ist nicht billig aber die schließt doch dann auch nicht ne die schließt mir alle nicht ich bin lass sie hier vorne ran bauen lass sie hier vorne ran bauen wer wirklich mit dem graben die graben hier vorne post jungen post oh nein ich habe keine kippen mehr scheiße ja hier ein graben drin, 4-5 Tief oder so und dann mit Stacheln rein Stacheln, Stacheldraht, elektrische Dinger, alles mögliche dann sollten wir das Törchen hier mit einem guten Schraubschlüssel abbauen dann kriegen wir wenigstens ein paar Teile zurück dann müssen wir hier die Strägen hier abbauen ja die machen wir weg ich habe einen 400er Schraubschlüssel wenn wir das Loch gegraben haben, wir müssen die Wand zur Garage hin auf jeden Fall mit Beton auskleiden nicht, dass die sich da ruhig graben und dann nachher hier durch die Strägen kommen weil das ist ja nur Pflasterstein, da ist es schnell kaputt ich habe mal eine Nähe ich glaube nicht, jetzt hat es ja vibriert ich habe mal in der Nähe von einem Fluss mein Camp gebaut und auch richtig gut aufgebaut da haben die sich irgendwann mal durch den Fluss in mein Lager reingebuddelt und ich dachte immer, wo kommen denn die ganzen Zombie-Stimmen dauernd her bis sie dann in meinem unteren Lager drin waren krank Kärs, halt dich fest jihah nicht, dass mir nochmal das Bein breche dann müsste ich aber aufbauen, dass ich hier nicht rüberkomme naja, stimmt, hast recht hier ist auch nicht bündig so, hier fange ich schon mal an mit Erde aufzufüllen, ne? oder? das kannst du machen, ja dann machen wir den Berg praktisch wieder künstlich auf soll ich mal das Tor abbauen? ja schade das ist nicht geklappt das kann ich gar nicht mit dem Schraubschlüssel abbauen dann hacke ich das kaputt ach Gott, der ist so teuer, ne? die dauert so lange, ne? dann reicht der ein dann reicht der ein dann bauen wir das in die Mitte oder? ja, bei der breite würde ich sagen, machen wir auch wieder zwei, oder nicht? warte, zwei Stück ein, 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 ein Zugdruck erreicht ich auch sage ja 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 ja, okay, ihr vier breit ich bin schon wieder so ein dicker, Daniel hör mal, du hast uns mit deinem Bauvorhaben jetzt so aufgebaut ich bin schon wieder aufgehalten kürmer wat äh, Pia 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 ist die breit ach, wir kommen ja nicht an den Eert ich war nur mit ja da lass es kommen ja ja Ach, die ist unten am Bunker. Krabbelt da in den Stacheln rum. Oh, das geht schon kaputt. Irgendjemand hat Hunger. Nee, den lachen wir noch rein. Ach so. Na ja, nur noch der hier vorne muss weg, dann haben wir vier breit, dann könnte man das da hinsetzen. Na jo. Immer noch im Boden machen. Hast du noch Rahmen? Ich hab noch welche. Okay. So. Also jetzt könnte hier die Schräge hingebaut werden. Alle weg. Dann buddel ich ein bisschen. So. Wo wollen wir gestiegen jetzt hin? Also erstmal da unten. Mal hier betont. Kannst du mir noch ein paar Rahmen geben, wenn du da fertig bist? Ja. Ja. So schön. Komm. Okay. Also dann kann hier schon mal die Brücke ruf da. Ja, Moment. Dann können wir die schon mal runterfahren, dann wissen wir wie weit war vor dem Messen. Ja. Jungs, ich bin erstmal kurz raus. Alles klar. So. Hey, wie ist es nicht dran? Das gibt es auch. Guck mal, das geht überlaufen. Man kann aber ohne Probleme rüberlaufen. Ja, aber man könnte hier noch ein hinterlassen. Wollen die noch was hinsetzen? Moment. Im Stahlgerüst. An den. Ja, kann man. Kann man, ja. Da werden sie mit. Haben sie sich verklickt oder wie oder warum man die nicht richtig dran nimmt? Ja, das sieht nur so aus. Irgendwie das sieht man. Das kann ja so schlecht erkennen. Man kann ja richtig schlecht setzen. Naja, ist halt wurscht. Pass. So jetzt auch. Okay. Kommt die auch mal weg hier. Die schrägen. Machen wir hier vorne. Ist sowieso besser hier vorne komplett einmal. Stahl ziehen. Stahlbeton ziehen ist besser. Weil hier nur den billigen Boden haben. So. 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 Ich brauche noch einen hier. Nein. Ich brauche noch einen hier. 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 Ich brauche noch kurz Hilfe! Ich habe mich eingebuddelt. So, und jetzt betonieren wir dich noch ein. Damit hat er Erfahrung. Meine Schiff ist kaputt. Hat noch einer einer bei? Jo. Ja. Warte. Ja, eine gute 200. Neunziger. Ja, fixe meine 242. Juhu. Hä? Hä? Was war das denn? Geil. Hä? Hä? Jetzt hast du dann wieder. Ich schippe billig nicht. Weg damit. Meine Güte. Und wieder runter in den Keller hier. Wenn ich das so sehe hier, dann müssten wir eigentlich nur rundum eine Zugbrücke bauen. Warum? Ja, komm mal auf die Rückseite gucken. Ich weiß nicht, ob das so... Ich meine, wir könnten hier einfach über die Wand reinkommen. Wo könnten die reinkommen? Ja, hier, komm mal gucken. Wo ist der denn? Komm mit? Ja, aber das hier mit, wenn die dagegen schlagen, wenn wir hier so einen schönen Krater rumbauen. Ja, aber wenn du, wenn Hordenzeit ist, dann darf halt keiner in der Garage rumstehen. Da sind wir ja eh alle im Bunker und da ziehen wir die alle rüber. Ja, okay, dann musst du recht. Ja, also... Auch wenn wir im Lager sind, die spawnen hier nicht. Die spawnen auf der Garage. Gut. Wir können ja auch noch Spikes ran machen an der Wende. Ja. Das können wir auch machen. Ja. Mann, ey. Ich hör wieder ne Witch. Ja, ich auch nicht strick bei mir. Irgendwo hier. Ja, da kommt ganze Laufen. Begrüße, mach's. Mach's mit mir. Schell ich ab. sag mal kommst du aus deinem loch auch wieder raus ich buddel jetzt hier nicht dass jetzt gleich irgendwie zombie oder hund kommt dann hast du da unten spaß im loch du musst nur gucken wenn du untergräbst es kann sein dass die dinger runterkommen ich setze mal ein paar rahmen hier dass du auch rauskommst aber was im notfall weil er nämlich wirklich spaß bekommst und der hund kommt einfach nicht mal zu mir durch jetzt ich mach mal die gerüste über dir fest ich habe keine ausdauer ich wurde jetzt einmal im kreis so ein ring drumherum und dann grab ich einmal ganz unten eine schicht weg da müsste eigentlich alles in sich zusammen fallen juda plan dann machen wir das doch hier anders dann 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 So, ich muss euch mal kurz alleine lassen. Ja, ja. Ja, ne, ich hab ein dringendes Bedürfnis. Wow. Zwei sogar. Rauchen und Pissen. Er kennt mich schon. Bööö. Begant. So, bis gleich. Bis gleich. Tja, langsam. Tja, da. Tja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich würde mich dann trotzdem irgendwie gucken, dass wir dann irgendwo so einen Tunnel nach unten bauen, wo wir die dann sozusagen abwehren, weißt du? Falls da mal was reinfällt. Ich habe ja viel mit dem Zeitpunkt. Wir sollten doch hier reinfallen. Ja, aber die Brücke ist ja dann durch die Wände, das meine ich. Also, wir schlagen die Wände. Wir haben keine Möglichkeit, das zu reparieren, in dem Sinne. Das ist eine Schreierin. Aber die Brücke... Oh, nee, Quatsch. Schleiche, wenn die Brücke hoch ist, dann fallen die Züge runter. Oh. Und wir da. Ich habe gerade schon überlegt, was ist denn, wenn wir da unten, da wo die reinfallen, je nachdem, wie tief die fallen, ist es sinnvoll, uns da auch so eine Art Tunnel hinzubauen, dass wir die dann zumindest den Beton reparieren können? Können wir machen. Weil es ist keine Möglichkeit, da unten irgendwas zu reparieren. Ja, wir können auch wie im Bunker da unten die, ne? Die Säulen aufstellen. Ja, auch so. Genau, das hatte ich ja überlegt auch. Oh, herzlich willkommen an die Zuschauer. Wir basteln gerade nur ein bisschen. Aber Action haben wir ja immer. Da ist schon wieder nur Witch. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie nur. Ah, ich sehe sie. Sie kreist hier rum. Leben oder Tod? Ah, ja, klar. Okay, habe ich. Ist gestorben? Ne, vom Server geflogen, warum jetzt auch immer. Oh. Oh. Ja, es sieht doch schon mal schnieky hier aus. Ist halt nur wie so ein Betonklotz aus, ne? Wir können uns da unten auch eiserne Türen reinmachen. Weil, wie gesagt, hier werden nicht viele Zombies kommen. Wenn überhaupt die Zombie, die wir dann hinter den Motorrädern hinterherziehen. Ja, aber mit den Säulen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Ist halt nur irgendwie ein Tunnel da unten geworden. Ja, gut, können wir machen. So eine Art. Ein Wartungstunnel brauchen wir ja einfach dabei. Ein Wartungstunnel? Ja, ist doch so. Ist immer ein Tunnel. Bist du schon mal auf einer Autobahn gewesen? Da durch den Tunnel gefahren? Ne, auf der Autobahn war ich noch nicht. Gut. Die meide ich immer als Autofahrer. Das glaube ich. Ich vermeide generell die Straßen. Außer man hinten hat die gebaut. Sollte man, sonst meinte ich es auch. Teufelswerk! Oh, das hat mich jetzt Zuschauer gekostet, direkt reiben gegangen. Oh, das schnurzt schon ein. Oh, mein Gott. Das ist ja bloß nicht auf dem Kopf knallen, ey. Soll ich mal drauf springen? Mach doch. Mach doch. Trotzdem nicht, trotzdem nicht. Ne. Hält noch. Bin nicht schwer genug. Ich brauche immer wieder Energie. Oh, ich wollte dir jetzt helfen, aber ich habe meine Schuppe ja verschenkt. Na, da will ich mal arbeiten, ey. Na komm, das Stück kann ich mit der Hacke machen. Na komm, das Stück kann ich mit der Hacke machen. Oh. Ja, aber schön, dass du wieder da bist, Marc. Oh nein, die Treppe, die ich gebaut habe, ist auch reingestürzt. Boah, ich glaube, das spart eigentlich viel Arbeit. Warum hält das denn nicht? Das hält nicht an der Erde. Das ist ja krass. Ich wollte gerade sagen, da hat jemand Hunger, aber das bin ja ich. So, warte mal, wie tief sind wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Steine tief. Das könnte gut mit der Rampe hin hauen. Ähm, dass wir dann unter der Rampe nochmal unterkellern und dann, ähm, da die, ne, Säulen mit Türen hinstellen. Ja, 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 ja. Das sieht ja geil aus, die zwei Säulen, ne? Ehrlich gesagt. Dann lassen wir mal so drei hoch, ne? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, shit. Oh, shit. Boah, eigentlich schon halb zwei. Krass. Zeit rennt. Mhm. Aber echt, hey. So, wie viel tief noch? Ein bisschen müssen wir noch, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Auch wenn die hier reinstürzen? Ah. Das hier müssen wir, glaube ich, noch. Budeln wir voll in den Gang rein. Aber dann können wir keine Säulen machen. So, wir können noch einen Gang budeln und dann so eine Art Eingang, also so eine Art Raum, weißt du? Das meine ich. Ich denke, es sind zwei neue Gerüste hier. Brauchen wir wachen da drüben. Ach, fuck, tut mir leid. Ich bin echt, glaube ich, schon müde. Maa, was baue ich denn hier zu? Wieso willst du hier nicht zu bauen? Ja, da war eigentlich die Leiter nach oben, damit wir nochmal rauskommen. Ach so. Maaann, ey. Ich war es aber auch nicht mehr so. Ich könnte mich gerade selber auffeigen. Lass doch. Lass doch so lassen. Machen wir so. Ne, das klappt leider nicht. Das hält nicht an der Erde. Verdammt. Aber das wusste ich auch noch nicht, dass man an der Erde nur, ne, einen Balken dransetzen kann. Ja, meine Leiter nicht raus. Ja. Ist die Treppe jetzt wieder aktiv? Bevor wir keine Stahlgerüste mehr haben? Tja, aber ich habe auch nur noch 40 Stück. Ich habe auch noch ein paar. Nein, den baut mal wieder hier eine Stahltreppe hin. Also irgendwie. Halt, 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 halt. Können die auch. Ja, oder so. Ah. So. Oh, das kann ich übersetzen, ne? Ja. Oh, wenn ich das raus. Ah, verdammt. Guck mal, wie tief das hier runter geht. Ich müsste jetzt hier den Aim-Block wieder kaputt machen. Weil ich den schon wieder aufgewertet habe. Also, ich müsste noch noch tiefer gehen, eigentlich. Wenn wir noch so eine, so eine Säule davor bauen wollen. Ich weiß nicht. Ich hätte hier nur Spikes unten reingebaut. Ja. Ein paar elektrische Drähte. Das hätte doch bestimmt noch... Ja, wir haben ja kein Problem. Wir haben ja das hier. Ja, warte. Das ist halt den Armogreifer mal. Aber warte, ich gucke jetzt erstmal, wie weit die Rampe. Also, ich würde es nicht tiefer als die Rampe setzen. So, die Rampe ist von der Brückenplatte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Steine tief. Und ich höre eine Witch. Okay. Doch, jetzt auch. Wo wir es auch machen könnten, wäre... Das ist doch diesen Trick da mit den... Im Wald. Ach, wie heißt das denn? Da gab es nochmal so einen Trick mit so einem... Du kannst mir ja nichts anhaben, nicht für mich im echten Leben. Unsterblich. Unsterblich. Oh Gott. Nein, aber wir können doch... Da gab es irgendwie so einen Trick, da konntest du nur so halbe... Ähm... Weil, wie heißen die? So halbe Betondinger setzen und da konntest du darauf die Spikes... Und dann konntest du da praktisch darunter reduzieren und von unten reduzieren. Ja, das habe ich auch schon probiert. Das ist echt problematisch, sowas zu bauen. Oh! Oh! Eine dicke, die rennt! Dicke, die rennt? Die stand schon vor mir. Nur scheiß mir dabei, alle. Wer will hier noch Stress? Mann, Mann, Mann! So, das heißt, müssen wir jetzt noch tiefer, oder nicht? Acht Steine, habe ich gesagt, ne? Äh, ja, aber ich weiß nicht genau von wo. Das war jetzt nur so. Von der Brücke aus. Guck mal mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, perfekt. Gut. Wenn wir jetzt hier durchbuddeln, dann kommen wir genau auf die Gerade aus. Ja, das würde ich auch genau in der Ecke machen. Nicht in der Mitte irgendwo, sondern genau in der Ecke irgendwo. Ja. Aber jetzt hier zu machen oder was wollte ich jetzt machen? Also hier können wir ja Säulen setzen, dann machen wir an dem Rand jeweils die Türen rein. Ja, aber wir machen das einfach untergrundmäßig. Also dann mache ich hier unten diese komischen Streben und setze da drauf die Spikes. Welche Streben? Dann kann man die von unten reparieren. Dann setzt man statt, äh, dann macht man hier noch ein Loch. Also ein tiefer, bautiefer. Du willst diese Platte, wo man, ähm... Das sind diese länglichen. Das ist feuchter Beton, ein Viertelblock, weißt du? Ach komm, lass, wir machen jetzt hier die Säulen rein und dann hat sich das... Weil du kommst da nicht drunter, da musst du ja noch zwei Steine runtergehen. Ja, dann würde ich mir noch ein Loch da tiefer buddeln, dann kann ich das so unten ausfüllen, weißt du? Also du musst zwei Steine unter der Platte da noch drunter kommen. Ja, ja, weiß ich. Aber da kommst du ja auch nicht oben dran, wenn die Platte da ist. Doch, du kommst ja dann, du kannst ja dann die Spikes oben reparieren. Ich hab das schon mal probiert, das ist echt problematisch. Mein Gott. So, pass auf, da machen wir hier die Türen. Wo? Jeweils so. Ach so, okay. Und hier machen wir dann nur noch Säulen hinter. Und dann können wir da den Raum hinter machen. Gut. Dann machen wir halt so. Dann machen wir doch auch morgen, würde ich sagen, ne? Weil ich werde langsam müde. Was? Du bist müde? Ja. Mach dir einen Kaffee. Aber gestern ist es aber länger durchgehalten, doch. Ja, ist nämlich heute auch müde. Ich sehe den Beton. Beton. Das ist gut. Soll ich den kaputt machen? Ja. Jao, hau durch. Ich bin schon dabei. Kann ein bisschen dauern. Nö, der Flasserstein? Der Flasserstein. Ah, wir haben ein Stück zu breit gemacht, sehe ich gerade. Oh. Warte, springen wir einmal einfach rüber. Oder so. Das ist aber genau in der Schrägen. Scheiße. Ja, ist ja klar. Ah, ja, ja. Egal, fast schon. Ja, na, der ist ja richtig. So. So, komm, ein bisschen Beton habe ich ja noch, dann kann ich die Säulen fertig machen. Ja. Aha, Durchbruch. Na, war. Wenn wir da Beton machen, dann machen wir genau so einen schönen Betongang. Halt, 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 halt. Was ist denn? Ja, hältst du zu spät. Jetzt machen wir da die neue Ecke. Ah, passt schon. Ja. Ja, passt schon. Boah. Ah. Das ist schon wieder eine Witch. Das kann ich hier auch wegmachen. Oh, ich sollte Tunnelbauer werden, ey. Ja. Warten, da würdest du jetzt auch noch alles wegmachen? Ja, wohl doch, die sollen hin, oder? Ja, ich hab nur gerade die Witch getötet. Jetzt weiß ich, was hier mit ihnen so reden, so wie bei der Kampfarena. Jo, jo. Ja. Mann. Dann müssen wir in der Hälfte auch noch Platz machen überall. Ey, ich hab schon wieder eine Witch, ey. Der ist dann profitieren. Boah! Ey, ich... Scheiß Hitbox bei dem Spiel, ne? Ja. Ja, ich zieh den mitten auf den Kopf und treff die nicht. Ja, weil die immer so blöde rumwacken mit dem Kopf. Ja. So, passt auf, Zombies. Warte, wir dürfen nicht so viel wegnehmen. Wollen wir nicht, dass ihr alle einsturzt. Ja, ja. Was will ich? Noch eine Witch. Alle geköpft. Sehr gut. Sollte schon reichen von der Tiefe her, oder? Äh... Ist ja nur, dass wir hier stehen können und schießen können. Ja, aber wohl ein bisschen mühe noch. Und dann gucken wir mal, wie breit hat die neue. Haha, ich kann euch mithelfen. Eine 422er Schaufel gekriegt. Geil. Braucht jemand Laufschuhe? Ne. 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 Und Schein. Hey, ich hab verschlossene Stiefel. Die sind schöner. Hey, die haben 574. Okay. Kann ich endlich die Treppe hier weg machen, ne? Obwohl, die lassen wir noch stehen. So, kannst du auch weg machen, ne? Ja, bevor hier nochmal ein Angriff kommt. So, ich sperre euch jetzt ein. Wunderbar. Tada. Ähm, wie weit wollt ihr noch graben? Ja, nicht mehr allzu weit. Ich wollt's sagen, weil die Rahmen, die sind echt nur Ecke auf Ecke, ne? Da hält glaub ich nicht viel. Ah, okay. Gut, dann nehm ich das hier alles weg. Den Boden können wir ja so lassen. Ja. So. Bei dem Stein brauchen die auch erstmal, bis sie durch sind. Und dann würd ich sagen, dass wir hier drinnen noch Beton machen an der Decke. Ja, ja, genau. Decke, wanden. Mach mal den Gang ein bisschen breiter hier. Furchtbar. Danke. 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 Danke, da bin ich. Danke. Danke, danke. Jemand noch so einen Geramen? Geramen habe ich auch. Pass auf, ich gebe dir. Zack. Ja. Alter. Oh, Beton reicht hier nicht mehr. Alles, alle. Da habe ich doch auch noch was. Ich habe die Taschen immer voll, aber das ist der letzte, den ich noch habe. Der hat ja nie Hunger. Nee, du hast diesmal. Ja. 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 auch in die falle gehen ich war eigentlich auch scheiße wie das jetzt die rampe unterbrochen ist doch egal kann man fahre mit sich durch die säulen ich will das jetzt einmal ausprobieren hier das klappt wunderprächtig man darf nur nicht mit den bikes reinfallen ich bin gegen die decke gestoßen da sind schon vier stunden dran ja und jetzt müssen wir das noch irgendwie mit dem käfig verbinden ja das erst mal hier noch die stacheln aufstellen aber wird sagen wir auch demnächst ja ich meine ja was sind wir doch weit gekommen der schiff die muss ja sowieso den server neu aufsetzen wie lange waren wir jetzt dran fast sechs stunden für die garage zwischendurch halt viele zombies oder wir schon strecke gemacht ja und zum haus könnten wir auch noch mal ein tor setzen falls es jedoch mal brenzlig wird so noch gucken müssen wir auch noch mal rastele starten wir gleich noch mal stunde sap nautica spielen doch da habe ich voll bock drauf noch ja ich bin beton mehr ja ich gehe noch mal die forges vollschmeißen bevor wir machen ja 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 das da ja ja ich knee und ich und markierungen immer noch markierungen dann kriegt jeder an seine wand schild mit seinem parkplatz wirklich machen das ist sogar möglich und dann übermorgen kommt das update und das server wird neu gestartet ja aber so ist das leben ja das müsste aber ich glaube ich wollte erst nicht anfangen des jahres rausbringen das soll schon letztes jahr auskommen ich bin schon mal raus ich komme an die kiste dran stein kiste komme ich rein ich komme ich komme in alle rein nein nein die geht da komme ich nicht dran werden die abgeschlossen ich hab die abgeschlossen aussehen wollte entsperren sehr witzig ja wie ist das ja das auch ich hab ein zuschauer herzlich willkommen willkommen bei kommt bei am ende die nachtschwärme man sieht ja nix mehr bei mir man sieht ja nur noch meinen monitor ich bin ja nur einen 50 alter schwede mark kommen nimm ihn stoppen es gibt doch abende da hast du bestimmt länger durchgehalten ja da war ich 15 oder so war noch jung der alte mann ja jung und sprunghaft der käufer geht kaputt der körper geht vor die hunde ich schon mal so jung wie du wär Junge dann hättest du wie ich ein kreuzbandriss ach ja stimmt der kreuzbandriss da war ja was das ist wenn man versucht fußball zu spielen ja bei mir passiert sowas wenn ich die treppe runterlaufe was ist denn hier fein ist alles drin das ist doch mal ne geile arena lass uns die mal beim nächsten server so bauen warte mal ich schicke euch das mal im teamskrieg jo dieses dragonballfighter z na das muss ich unbedingt haben ich hab euch den ganzen tag geguckt na das ganze tag ist sehr richtig geil ja wenn man drauf steht das sieht richtig geil aus ich muss wieder annehmen ach ne ne ja Pyramide Pyramid killt mich ich will es denn halt jemals ich kann ja gar nicht reparieren die dinger oh ja krass ach so die fallen alle da runter ne richtig so ja natürlich ist der ganze Lut auch weg übernacht wurden meine Hundefotos zum Schultern entdeckt und ich hatte ihn nicht mal genug das ist ja auch schon wie repariert man das da weiß der auch nicht ich hab euch durchdacht das ding naja wenn man auf den Lut keinen Werten legt dann ist es schon nicht schlecht ich guck mir grad noch Werbung an ne alter nein immer noch nicht was ist das wieso guckst du dir Werbung an nimmer ich guck gerne Werbung wieso hast du Werbung wieso hast du Werbung meine Hunde wieso hast du Werbung der Rechner ist neu du hast ja auch hier kannst du ja doch den äh der Block ist ja scheiße New Block Origin musst du dir auch wollen hast du jetzt so hier gemeint warte mal boah das ist ja krass das Video kenn ich auch ja ja genau ja genau so war ich das das ist natürlich gar nicht so schlecht ja es ist allerdings nicht so leicht zu bauen da hat der Herr Vespo schon recht mhm ja wie gesagt ich hab auch schon einiges zu ausprobiert aber das ist echt manche Sachen sind echt fies ach das ist der Typ den hab ich nochmal angeschaut der ist richtig der ist nicht ganz zu kreis der ist nicht ganz zu kreis ich kenne bei Seven Days of Days der ist Blendsparten der ist was der sich gebaut hat das Ding da das ist richtig krass der Typ den kenn ich auch der ist auch nicht schlecht aber jetzt muss man überlegen wie viel Zeit er da investiert hat für ne ja ja sogar alles aufgewertet schon krass ja wobei das weiß ja nicht irgendwie fährt das alles irgendwie wenn das ein eigenes Service kannst du einfach die ganzen Sachen her zaubern und dann packst du dir einfach äh im besten bohrer plus unendlich viel Benzin und dann bohrer sichthause Stahlbeton Sack äh der Erdbohrer sie haben auch mhm naja das ist das gut alter den brauche ich mehr bohr bohr ist halt nur viel Benzin für ja schnell geht's so ich mach jetzt auch Ende so machste vorbei vorbei war jetzt schon Schluss Juppa Eieieiei Nino Spiel die Lüge ist wirklich angestrengt jetzt hab ich zwei Leute mein Stream ist tot Leute heute ist nichts mehr werdet ihr mal früher gekommen ja hätten sie uns beim Buddeln zugucken können auch bei mir auch ja tut mir leid dass ich jetzt aufhöre das ist ja mies ja gut viel Zuschauer hat er gerade ja morgen geht's auf jeden Fall weiter oder ihr habt Lust euch gleich noch Subnautica reinzuziehen dann sind wir noch dabei heute ist vorbei heute ist vorbei heute ist vorbei